So, Audio, Sprache, Deutsch, Sprache, Mini-Deutsch, Hm, alles passt. Äh, ne, Schwierigkeitsspiel ab und zu Videospiele, ja, das passt zu mir, bin da noch nicht so weit, ey, krass, wie schnell so ein Spiel gestartet ist. Oh, da liegt einer im Koma. So, um zu interagieren, führe die angezeigte Bewegung mit der linken Maus aus. Ah, okay. Das sieht auch wieder in einer richtig geilen, fetten Geschichte aus. Und macht er wieder zu, der soll sie anziehen, der Schlumpf. Und, indem sie rechte Maustaste gedrückt haben, können sie jederzeit die Gedankencharakters anhören. Ah, okay, duschen, ja, klar. Ist aufgestanden, er sollte auch erst duschen, ja. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Okay. Jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt hier raus, weil wenn ich jetzt, ich höre mir das jetzt an. Ich dusche lieber und ziehe mich an, bevor ich runtergehe. Jetzt hab ich's. Ah, ein Hochzeitsfoto. So, dann gehen wir mal duschen. So, ach, da liegt auch noch was. Bin einkaufen. Ich hole die Kinder mittags von der Schule ab und bereite dann Jasons Geburtstagsfeier vor. Arbeite nicht zu viel. Ich liebe dich. Okay. Auch schon wieder so ein schickes Haus, ey. Mann, Mann, Mann. Wohnen wir alle so toll. Mal gucken, das sieht mehr nach Kinderzimmer aus. Ist das das Badezimmer? Ah. Jetzt ist er auf Toilette, okay. Da muss ja auch mal sein. Mal schauen, wo wir hier das Badezimmer sind. Das wird doch hier nicht das Badezimmer sein, ne? Doch, das ist das Badezimmer, okay. Dann putzen wir uns mal schön die Zähne. Ah, die Steuerung ist aber auch außergewöhnlich, aber auf jeden Fall ganz cool gemacht. So genial, dass ein Spiel mal so anfängt, dass man von vornherein, also gleich mit dem Aufstehen irgendwie die Geschichte beginnt. Alter. Gillette. Nur das Beste. So. Die Badewanne will. Achso. Muss nicht hier lang zum Duschen, ne? Drehen Sie Ihren Kopf um die mögliche Aktion zu sehen. Schauen Sie sich mit der Maus die Dusche an. Ah, alles klar. Die Grafik schon wieder so krass. Was die heutzutage alles so machen können. So mach ich das auch immer. Schön rückentrocken machen. Das tut gut. Okay, dann können wir uns jetzt ja anziehen. Drücken Sie Steuerung L zum Wechsel der Kamerawinkel. Okay. Wow, das ist glaube ich schon ganz cool. Mal gucken, wie wir mit dem Vogel interagieren können. Wollen wir uns jetzt mal anziehen. Wollen wir dann wenigstens das Hemd aussuchen? Nö, das hat er selber gemacht. Okay. Oh, das ist auch schon wieder so eine nice Grafik, ey. Oh, ich sehe das Wetter draußen, ey. Das sieht so geil aus. Wow. So eine Atmosphäre. Ach, wir können einmal nach unten gucken. Wieder nach oben gucken, okay. Okay, da ändert sich nichts. Dann gehen wir mal wieder rein. Ja, wir sind ja anständig. Machen wir die Tür wieder zu. Oh, das ist so geil, ne. So ein Schlafzimmer mit so einem riesen Fenster. Wow. Ich finde das so genial. Die schön nach draußen gucken. Ah, hier geht's runter. Wow, ein Haus mit so einer Fensterfront, ey. Ist ein Traum. Die Gedanken des Charakters ändern sich mit der Situation. Überprüfen Sie sie regelmäßig? Tolles Wetter draußen. Ich könnte eine Auszeit im Garten einlegen. Oh, dann machen wir das doch mal. Halt. Gehen wir mal hier lang. Okay, das ist ja auch nur der Vorderausgang. Was ist denn das für eine Box da? Oh, cool. Kann sogar Musik hören hier. Warte mal zum Garten müsste es wahrscheinlich hier rausgehen. Ja. Na. Aber man merkt, die Steuerung ist mehr für ein Joypad ausgelegt. Aber es geht mit W, A, S, D auch ganz gut. Der hat auch einen geilen Garten, ey. Unglaublich. Eigentlich wollte er ja eine Auszeit im Garten nehmen. Ich weiß gar nicht. Ich dachte, der legt sich mal so ein bisschen auf die Liege oder so. Ich dachte schon, wir können hier klettern. Alter, aber auch wieder ein fetter Garten, ey. Und das Baumhaus. Ein Traum, ein Traum. Echt Wahnsinn. Und das. Papierflieger. Nachgebastelte Libelle. Jetzt hat er sie wieder abgelegt, ne. Das sollte man nicht. Das ist ja auch geil gemacht. Geile Kameraführung. Schade, dass wir hier keinen Basketball haben. Sonst hätten wir Basketball spielen können. So. Okay. Er möchte jetzt zur Arbeit. Es dauert noch ein bisschen, bis Grace und die Kinder kommen. Ich könnte noch arbeiten. Naja. Dann gehen wir halt arbeiten. Alter, ist das ein geiles Haus, ey. Oh, Mann, ey. Da kann man nur von träumen. Ah, seine Frau kommt zurück. Dad! Dad! Nicht so wild. Ihr werft mich ja um. Ah. Heute ist der große Tag, hä? Bin ich jetzt erwachsen? Hm. Zehn Jahre ist noch nicht ganz erwachsen, aber das wird. Darf ich jetzt Auto fahren? Ich glaube, damit musst du noch ein bisschen warten. Ja, stimmt. Es gab's schon... The Station 3, glaub ich, gab's ja schon, ne. Kann das sein? Ich komme. Ja, das war halt eher so. Damals muss das ja echt grandios gewesen sein. Also, ich find's auch jetzt noch echt herausragend so. Sie sind so aufgeregt seit heute Morgen. Ich konnte Sie im Supermarkt kaum wendigen. Wie war dein Tag? Ist die Arbeit gut gelaufen? Äh, Arbeit? Ich hab noch nicht mal angefangen. Äh, nicht wirklich. Ich hab's irgendwie nicht richtig hingekriegt. Hoffentlich hab ich noch ne Eingebung. Nächsten Monat sollen die Pläne beim Kunden sein. Ich hab noch tausend Sachen zu tun. Ich werd nie fertig, bis Jasons Freunde kommen. Hilfst du mir bitte? Ah, die Dessertteller sind im Wohnzimmerschrank. Jo, klar. Kein Problem, ich mach das schon. Ja, guck mal. Mal. Die Tür klemmt immer. Du musst festziehen. Okay. Ich find die Idee von dem Spiel aber auch ganz genial. Keine Angst, ich will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen. Okay. Okay. Er will keinen Ärger mit der Schwiegermutter haben. Jaja. Das kennen viele. So, Teller haben wir jetzt verteilt. Wir sind wieder zurück. Ethan? Ich hab das heute noch nicht gesagt, Mrs. Maas. Ich finde sie sehr attraktiv. Sie sind auch nicht schlecht, Mr. Maas. Oh. Was war das? Ich hab mich doch mal ein bisschen halten sollen, ja? Los. Geh weg. Ich hab zu tun. Dann hab ich beim Küssen versagt, weil ich das S nicht lange gedrückt habe. Äh. Fangen wir mal nach der Hilfe an. Kann ich dir vielleicht helfen? Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Hast du schon das Geschenk für Jason? Ja, ich hab es heute Morgen im Laden gekauft. Oh, wir hatten Glück. Es gab nur noch das eine. Okay. Jason ist glücklich. Ja. Kaum zu glauben, dass er heute zehn wird. Mir kommt das so vor, als hätten wir erst gestern in der Schule geflirtet. Wir werden alt, Ethan. Wann kommen Jasons Freunde? Ähm. So um zwei. Gott. Ich hoffe, ich behalte sie unter Kontrolle. Nicht wie letztes Jahr. So, was möchte mein Charakter denn mit den Kindern spielen? Ich glaube, ich gehe raus und spiele mit den Kindern. Ja, machen wir das doch. Braucht es dann das, ja? Ja, Männer werden nie erwachsen. Ja, auch geil. Ferngeschleute Autos. Ich dachte, das ist für die Jungs. Och, nö. Ja klar, ich schaue nur, ob es immer noch funktioniert. Jo, machs gut. Bis dann. Ja klar. So, falls die Aufzeichnung bei YouTube hochkommt, nicht wundern. Ich habe mich gerade mit Twitch-Chat unterhalten. Nicht, dass er denkt hier, ich führe irgendwelche komischen Selbstgespräche. So. Das war's, dann legen wir los. Hey, fünf Minuten, okay? Danach müssen wir essen. Eure Freunde kommen bald. Okay, versprochen, Mama. Na, wer ist der Erste? Ich zuerst! Nein, ich zuerst! Langsam, Jungs. Ihr kommt beide dran. Ich zuerst! Ich zuerst! Nein, ich zuerst! Sehen Sie den Kopfcharakter A und D. Ja. Okay, Jason. Wir machen den Helikopter. Schön die Maus drehen hier. So, jetzt der andere da. Ich bin jetzt dran. Ich will auch mal! Okay. Okay, Sean. Mach dich bereit. Es geht los! Oha. Er fällt ja fast runter. Er lenken müssen wir mit der Maus hier. Das ist noch ein bisschen ungewohnt, aber okay. Regen wir hin auf jeden Fall. Die haben auf jeden Fall Spaß, aber ey. So einen geilen Garten hat der für Kinder natürlich auch richtig schön. So. Los, Dad! Zeig uns wie stark du bist! Ja, zeig uns deine Muskeln! Okay, festhalten! Oh, das ist aber wirklich kräftig, muss ich sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt bist du erledigt! Du wirst für alle deine untarten büßen, Schurke! Haha, gib auf Schwächling! Ja, da kann aber das Schwert ganz gut führen. Haha, du schaust das! Gib auf! Ich bin der Sieger! Ja! 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 Das zahle ich dir heim! Oh, habe ich ihn wirklich vom Kopf gehauen, oder? Aber ich denke mal, der rottet ja nur so an, ne? Ja, Jason! Ja! 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 Ich habe immer die falsche Taste gedrückt! Ja! 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 Ich bin mir mal immer wieder ein... Sean, es gibt Essen. Ich geh ihn holen. Wo ist er denn hin? Wir waren ja eben im Garten. Der müsste ja doch im Garten sein, oder? Der ist ja auch nicht. Schade, dass wir nicht laufen können. Das ist so ein bisschen neuer. Okay, dann wird er wohl drin sein, wenn ich ihn hier draußen nicht finde. Merkwürdig. War ich von hier auch ins Haus? Ah ne, ich will da nicht hoch. Ja, warum geht er denn jetzt hier nicht hoch? Ah, ist krank. Ja, wo ist er denn jetzt? Sean, wo bleibst du? Wir warten auf dich. Muss sein, dass der vielleicht oben ist, irgendwie im Zimmer oder so. Er verschwindet doch nicht einfach so. Merkwürdig. Der Sean. Ach, da ist er. Sean? Was ist? Das ist Merlin. Oh, der Vogel ist tot. Er ist tot. Er ist tot und das ist alles meine Schuld. Aber nein, Sean. Es ist nicht deine Schuld. Ich würde alles tun, damit er wieder lebendig wird. Weißt du schon. Oh, der Arme. Manchmal müssen Dinge halt leider einfach passieren. Auch, wenn man es nicht möchte. Das ist unfair, Dad. So unfair. Ich weiß. Ich weiß. Ah, das tut einem Kind natürlich richtig weh. Aber krass, wie schnell der gestorben ist. Wenn ich überlege, der war ja am Anfang noch richtig lebendig. Bis jetzt ist die Geschichte ja noch relativ positiv. Ich habe auch vorab überhaupt noch nichts darüber gelesen. Mann, der ist so ein Vogel stirbt in der Familie. Das ist ja auch klar. Das könnte mal passieren. Ich glaube, ich gucke mal eben nach Schule für Sean. Passt du auf, Jason, auf? Es wird nicht lang dauern. Klar, na sicher. Wir bleiben hier. Was, Jason? Komm, Schatz. Ich habe auf Heavy Rain Guardian gestellt bei Twitch. Ja, ja. Jason! Jason! Das ist doch noch nicht so und so, oder? Das ist nicht Jason. Doch. Jason, du darfst nicht einfach so weglaufen, weißt du? Hier drin sind zu viele Leute. Bitte, Dad, kann ich einen haben? Ich hätte so gerne einen. Bitte, Dad, komm. Okay. Wir kaufen ein Ballon. Cool. Hey, Großer, wie heißt du? Jason. Welchen Ballon möchtest du, Jason? Äh, der rote. Ja, wieder ein Clown, oder so. Jason, warte. Clowns machen wir nach S, äh, ein bisschen Angst, muss ich sagen. Stimmt so. Oh, wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Es ist unmöglich, in dem Gedränge Schuhe anzuprobieren. Wo ist Jason? Er war gerade noch da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft. Und jetzt ist er weg. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Bin sofort zurück. Okay. Jason. 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 Gerade, der hat doch den Ballon gehabt. Der muss jetzt ja kennenzulernen, ne? Jason. Nee, nicht da lang. Jason. Das war auch nicht jetzt, oder? Dein ist ein Chef. Aber die Grafik, die, äh, schlägt immer komisch aus. Ich bin mir ein bisschen dran gewöhnt hier. Jason. Wie ist der denn, äh? Jason. Der wäre ich aber sauer, muss ich sagen, als Vater. Wenn so viele Menschen bloß nicht zum Ausgang geht. Ich sehe mich lieber bei den Goldritten rum. Ah, da ist doch der Ballon. Jason. Warte mal, da war doch der Ballon. Links war noch. Jason. Jason. Das ist gar nicht Jason. Da war auch ein roter Ballon, äh, fast dasselbe Oberteil. Jason. Okay. Jason. 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 Okay. 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 Das ist doch eine Scheiß-Situation, äh. Mann, 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 Mann. Das ist doch irgendwie über die Straße gelaufen, der Kleine, oder? Scheiße. Doch, da ist er doch. Nein. Der kommt doch jetzt angelaufen und das sind die Autos. Jason. Nein. Nein. Ah, scheiße. Haben wir schon fast gedacht, das kannst du nicht machen, wenn ein Kind auf ne andere Straße ist. Dann kannst du da nicht rufen, dass der angelaufen kommt. Nein, nein, nein. 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 Ja, Mann, 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 ey. Nein. Jetzt ist die Geschichte nie mehr so positiv hier am Anfang. Recht übel da. Jetzt geht es erst richtig los, das war quasi nur die Einführung. Es ist ja wieder sehr filmarisch gemacht. Und da merkt man mal wieder, das Spiel habe ich damals nicht auf dem Schirm gehabt oder habe zu der Zeit wenig gezockt. Und es lohnt sich immer wieder ältere Spiele mal zu kaufen, zumal es bei Steam echt jetzt im Angebot war. Aber es macht das Spiel ja nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Und auch Hammer Musik. Das ist jetzt auch geil gemacht, so richtig düster. Das passt auch zum Heavy Rain irgendwie. Alles so grau, traurig. Musik Musik Zwei Jahre später. Musik Also der Mann hat überlebt. Obwohl er ja mit dem Jungen davor geklettert ist. Was natürlich jetzt nicht... Ja, der Junge wird wahrscheinlich nicht überlebt haben, ne? Oder jedenfalls noch einer. Ja. Nee schon. Hey Dad. Das ist echt traurig. Musik Ja, aber die Familie muss trotzdem das Beste draus machen. Musik 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 Wow Also das ist filmerisch. Das beeindruckt mich irgendwie so. Das ist wie ein Spielfilm. Das ist ja nicht so, dass ich sowas das erste Mal gesehen habe. Aber ich feiere sowas auf jeden Fall. Become Human war ja genauso. Die Musik genial. Ähm, das war schon richtig klasse. Ja, jetzt entscheidet sich in der Story wahrscheinlich auch, ähm, wie es, äh, ja, wie es beruflich gelaufen ist nach dem Tod seines Sohnes. Da bin ich ja mal gespannt. Musik Ah, alles klar, ja. Es ist nicht mehr das, was es früher mal war, das Leben. Ich wohnte in so einer Wohnung mit ihm. Ein bisschen älter. Jetzt ein bisschen verwahrloster. Junge, eine coole Cargo-Rose. Finde ich, feiere ich auch. Finde ich auch ganz cool. So, dann hören wir mal einen Charakter rein. Okay. Fragen wir mal nach den Hausaufgaben. Wir haben noch Zeit. Wir kümmern uns später um die Hausaufgaben. Okay, dann ist eins. Grace hat schon am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Möchtest du vielleicht was essen? Hast du Hunger? Ich glaub schon, ein bisschen. Mal sehen, was die Küche so hergibt. Okay, die haben sich getrennt, ey. Das ist natürlich übel. Okay, dann machen wir erstmal, erstmal was zu essen. Wollte ich ihn grad schon wieder nach den Hausaufgaben fragen. So, ich hätte euch gedacht, wenn ich nach rechts wische. Dass er sozusagen den, ähm, die Pizza macht. Ersetzen ist jetzt natürlich schlecht, ey. Du sollst was kochen für deinen Sohn. Okay, er nimmt da einen Apfel. Aber der will ihn doch nicht einfach nur einen Apfel geben, oder? Obwohl, er hatte ja gesagt, einen kleinen Snack. Wir gucken mal. Die beiden interagieren. Also, ich muss ja sagen, so einen Apfel. Okay, kann man mal machen. Aber nach der Schule nichts anderes. Naja. Ich hab den Zeitplan auf die Küchentafel geschrieben. Ja, den Zeitplan hab ich vorhin auch gesehen. Der wurde ja mal eingeblendet. So, 16.30 Uhr Snack, 18 Uhr Hausaufgaben, 19 Uhr Abend bis 20 Uhr Schlafenszeit. Okay. Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Möchtest du denn Abendessen? Nein, danke. Ich hab noch keinen Hunger. Okay. Sollen wir vielleicht ein bisschen zusammenspielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Wie läuft's in der Schule? Ist ein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. So, und wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad. Ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? In Ordnung. Ich komm dann später nochmal. So, und da kommt ja wieder, ähm, meine Gutmütigkeit zu, äh, zu tragen, weil normalerweise hätte ich konsequent sein müssen. Aber ja, ich denke mal, er hat seinen Bruder verloren. Möchtest du denn Abendessen? Nein, danke. Ich hab noch keinen Hunger. Das versteh ich irgendwie nicht, äh, ich soll noch... So, ich drücke die nach oben. Und Sinner 6. Okay, Licht haben wir angemacht. Hatschuh. Und 6 Uhr ist es gleich. Gehen wir mal auf, genau, 6 Uhr, weil da war ja... Was hat er gesagt zum Plan? Na? Guck dir doch mal den Plan an, ne? 6 Uhr Hausaufgaben, alles klar. Wir müssen jetzt Hausaufgaben machen. John, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? Nee, die müssen wir jetzt machen, das hat keinen Sinn. Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir's aus dem Weg. Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Ich helf dir. Ja, da müssen wir jetzt Konsequenz sagen, wir haben ja auch unsere Zeiten, die wir einhalten wollen. Alter, wie schnell die, die Uhr da rumgeht. Jetzt steht er wieder auf. Ich will ihm doch helfen. Aber setze ich da gefälligst hin. Es ist blöd gemacht, finde ich. Weil er sagt, ähm... Hausaufgaben macht deine Hausaufgaben, ich helfe dir. Das einzige, was du aber angezeigt bekommst, ist dieser blöde Pfeil, äh... der nach oben zeigt, sozusagen, dass du wieder aufstehen kannst. Da ist der Kühlschrank. Natürlich geil gemacht, ne, also... Auch atmosphärisch. Aber, ey, komm. Wir haben gesagt, Sim... Dad, ich bin fertig. Kann ich jetzt fernsehen? Okay, ja. Ja, wir müssen... Wir müssen ihm jetzt sagen... Also, jetzt muss ich mich nochmal sortieren, was ich sagen wollte. Wir gehen raus, versprechen den Kleinen aber bei den Hausaufgaben zu helfen. Ne, also... Lass mal sehen. Ziemlich gut. Da bist du fertig. Na, geh schon. Ich hoffe nur, der Kleine gibt uns nicht die Schuld dafür. Ich sag mal uns, weil ich ja den Charakter hier spiele. Dass sein Bruder gestorben ist. So, sieben Uhr Dinner. Zehn vor sieben ist es. Aber der hat unterschiedliche Uhren, kann das sein? Die Uhr geht doch anders, als die hier hin. Der ist auch fünf vor sieben, okay. Jetzt fragen wir ihn klein nochmal. Es ist Essenszeit. Ich mache lieber für Sean etwas. Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut, ich schaue mal, was ich finde. Ich rufe dich, wenn es soweit ist. So, jetzt haben wir es. Roast Chicken Pizza. Ja, der Kleine isst bestimmt lieber Pizza, ne? Guck mal. Dann gucken wir mal, dass wir die hier irgendwie warm machen. Das war jetzt auch keine ausgewogene Mahlzeit für so ein Kind, aber wenn er nur selten bei mir ist. Oh ja, früher hat man sich die Pizze noch geteilt, heute isst man eine alleine. Du kannst kommen, Sean. Essen ist fertig. Ich komme. Ich hoffe, er mag Pizza. Okay, können wir uns dazu setzen? Ja. Ja. Ja, gemeinsam mit dem Jungen essen. Aber man merkt richtig, wie fertig der Vater ist. Es tut mir echt leid. Okay, er isst ordentlich. So, mit der rechten Maustaste können wir die Gedanken lesen, aber er hat gar keine. So, es ist fünfte halb acht. Ich glaube, wir setzen uns hier nochmal mit hin, oder? Ja. Der Apfel liegt da immer noch. Sean, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Hä? Aber ich geh nie so früh ins Bett. Okay, es ist noch ein bisschen früh. Ich komme wieder, wenn es dann Zeit ist. Ja, okay. Das stimmt allerdings. Auf dem Plan steht acht Uhr. Aber. Bis zehn vor acht. Na. Jetzt wollen wir uns nochmal ein bisschen... Okay, Gedanken können wir jetzt erstmal nicht lesen. ... ... ... ... Acht. Noch fünf Minuten. Ja, drei Minuten hat er noch. Ja, jetzt ist acht Uhr, jetzt kann er wie aufgeschrieben ins Bett gehen. Ach, er schläft schon fast vom Fernseher ein. Ah, ich hab das auch mal gehasst als Kind. Als Kind hat man dafür nie Verständnis. Man würde natürlich gerne noch lange wach bleiben, aber wenn man morgens auch steht, ist man immer richtig fertig. Das ist auch ganz gut, die Kinder anzuleiten, die Kümmel ins Bett zu gehen. Okay, komm, wir machen mal eine Fernseher aus hier, ne? Ah, das Spiel ist natürlich, das hat sich auch ganz schön gewandelt, wenn man überlegt. Wir haben angefangen in einem wunderschönen Haus, bei Sonnenschein, alles war schön. Und jetzt sag ich mal, ja, alles so trübe. Wieso schlecht ist das jetzt auch nicht? Das könnte mal renoviert werden. Ja, vielleicht können wir Ihnen noch eine Geschichte vorlesen oder so. Jetzt sag gleich, gute Nacht. Gute Nacht, John. Mein Teddy, Dad, ich hab meinen Teddy nicht. Du musst ihn irgendwo im Haus liegen gelassen haben. Hast du denn keine Ahnung, wo er sein könnte? Nein, Dad, bitte. Ich kann ohne ihn nicht schlafen. In Ordnung, ich werde mal nachsehen, ob ich ihn finde, okay? Stereoanlage, da hätte ich mich beinahe selber hingelegt. Ich vermute mal, der Teddy wird hier unten sein, oder? Oder mal hier mal rein. Also, ich vermute doch mal, dass der seinen Teddy entweder hier um den Sofa hat. Das ist ein Badezimmer, aber der ist auch kein Teddy. Mal wieder raus. Aber die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Jetzt auch nicht unbedingt schlecht oder so. Ach, da ist er doch. Aber es liegt daran, dass es eine Konsolen-Umsetzung ist und ich spiele es auch im PC. Und da ist es dann ja immer so, dass man mit dem Joypad wahrscheinlich besser dran wäre, es zu spielen. So, Teddy haben wir gefunden. Da ist er. Danke, Dad. Das kennen aber auch viele, dass sie ja Stofftiere aus der Kindheit noch haben. Boah, das fiel ich aber lieb. Kann er ihn nicht zudecken? Doch, alles klar. Ich dachte schon, er deckt ihn nicht zu. Jetzt kommt das Trauma. Oh, der hat immer so eine Panikattacken. Jetzt sind wir auf einmal draußen. Das ist doch die Straße, wo der Kleine umgekommen ist, oder? Ah, heftig, ey. Ja, sowas kann man auch nicht verarbeiten, wenn man so ein Kind verliert. Das ist echt schwer. Das braucht lange, lange, lange. Das sind wirklich wahre Probleme im Leben. Okay, ich dachte schon, das wäre der Psychiater, als wir nur das Gesicht brachten. Ich habe das, was ich von den Küken gesehen habe. Ich habe das, was ich von den Küken gesehen habe. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Jetzt hat er gesagt, linke Tür, ja? Er hat ja gesagt, letzte Tür, ne? Ja, die wird das sein. Lauren Winter. Tut mir leid, Kunden, nur mit Termin. Halt! 50 Scheine. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Geht klar. Leg das Geld auf den Tisch, du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Der Typ ist mir irgendwie nicht so ganz geheuer. Ich weiß gar nicht, was ich da für einen Charakter gerade spiele. Du solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Scheiße, mein Kopf. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie, eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich hab der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Das dürfen wir nicht zulassen. Mein Johnny ist tot, was ändert das noch? Ja, wir bleiben hartnäßig. Es wird mehr Opfer geben, wenn wir ihn nicht aufhalten. Sie müssen mir helfen, Lauren. Vielleicht wissen Sie etwas, das bei der Ermittlung hilft. Ihnen helfen? Sie können nichts tun. Mein Sohn ist tot. Verstehen Sie? Er ist tot. Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Ja, komm, gib dir mal einen Ruck. Wir wollen rausfinden, wer es war. Ja, los, komm schon. Was wollen Sie wissen? Ach, endlich. Wie war Johnny? Was für ein Kind war er? Johnny war ein guter Junge. Er hat sich... ...manchmal geprügelt, wenn Kinder mich... ...na ja. Auf seine Art wusste er wohl genau Bescheid. Wie ist Ihr Sohn verschwunden? Er spielte immer mit den Nachbarskindern nach der Schule. Es hat an dem Tag wahnsinnig geregnet. Das vergesse ich nie. Alle seine Freunde kamen so um fünf nach Hause. Oh, harte Story, ja. Wollen Sie? Hab aufgehört. Tapfer. Ja, komm, wir sind doch mit der Befragung noch nicht durch, oder? Was ist denn, meine Mom? Das war's? War das alles? Nein. Erzählen Sie mir von Johnnys Vater. Ein Loser ohne Job, der im Suff gern zuschlug. Hab ihn nicht gesehen, seit Johnny weg ist. Feigling. Er braucht ihn schon. Lebte Johnny bei Ihnen? Ja. Natürlich hab ich dafür gesorgt, dass er nie Kunden gesehen hat. Ich wollte aufhören. Aber wir brauchten das Geld. Ich wollte so viel verdienen, dass wir hier raus konnten. Das war's, Mr. Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier. Nee, komm, wir haben noch ein paar Fragen, oder? Ich hab nichts erfahren. Naja, es war ein Versuch. Hm. Es bringt nichts, Sie zu drängen. Sie sagt mir nichts mehr. Ich lasse meine Karte auf dem Küchentisch. Man weiß ja nie. Genau, machen wir das so. Wenn Ihnen etwas einfällt, irgendetwas, rufen Sie an. Ja, schon heftig, heftig, ja. Hier ist das Badezimmer. Ich muss hier weg. Gucken, wo war denn der Ausgang hier? Hier ist das Bett. Hier sind wir reingekommen. Also hier wahrscheinlich. Ah, hier. Alles klar. Oh, wo ist das denn? Ja, dann. Das war's. Ja, das klären wir jetzt vor Hause. Was willst du, Arschloch? Loren, ist alles okay? Der geht's prima, klar. Verpiss dich, Penner! Du wieder? Oh, der kriegt jetzt aber ein paar aus die Fresse. Oh, langer Kampf. Hey. Scheiße. Wenn ihr ja wohl fertig machen könnt, den Typen. Alter Schwede, das ist doch mal mein Kampf, ey. Der Typ ist zäh. Scheiße. Wir sehen uns noch, Arschloch. Geht's Ihnen gut? Besser als ihm. Mann, 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 ey. Dass wir das überlebt haben. Sie müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Sorry für das Chaos. Mr. Shelby? Ja. Danke. Geschenkt. Ja, hätte ich die richtigen Tasten getroffen, dann hätte er jetzt keine Kopfschmerzen. Naja, naja. Der erholt sich wieder. Erinnerung und drücken, halten Sie die Anzeige-Tasten gleichzeitig, bis die Symbole verschwinden. So, S. B. D. S. No. Ja, man hat das, äh, das Spiel heißt ja auch Heavy Rain. Man hat das Gefühl, äh, wir geht's ja jetzt nur noch irgendwie düster weiter. Scheiße. Scheiße. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Agent Norman Jaden, FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Ja, natürlich. Okay. Sie können durch. Ich suche den Lieutenant Beck. Ist er hier? Ich hab ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Tja. Tja. Das erinnert mich ein bisschen an Detroit Become Human, also. Also, die Macherart dieser Spiele ist wohl, ja. Vielleicht war Heavy Rain sogar der Vorreiter davon. Ja, der war nicht gar nicht. Video Memo 1, Agent 47023, Norman Jaden. Dienstag, 4. Oktober 2011. Boah, mega Brille. 8.14 Uhr. Okay, dann legt er die ab und setzt man die wieder auf. Ohne direkten Bezug zu ermitteln. Ich suche Lieutenant Carter Blake. Danke. Da ist was da hinten, ja. Hey, Sie da. Was machen Sie? Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag den Idioten mit dem Bagger, er soll fünf Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Das ist doch nett. Der Idiot mit dem Bagger, ne. Ja, ich bin ja schon da. Also... Was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um sechs gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als sechs Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant. Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Ist die Leiche identifiziert? Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Es sind ganz schön viele Leute am Tatort. Haben Sie keine Angst, dass die die Spuren zerstören? Man findet keine Beweise hinter dem Schreibtisch. Und wir zertrampeln schon keine Spuren, auch wenn wir nicht vom FBI sind. Oh. Nein. Kompetenzstreich. Nein, natürlich nicht. Das wollte ich nicht sagen. Tony, ich will keinen dieser sensationsgeilen Kessefuzzis hier sehen. Verstanden? Er ist schon wieder erkältet. Gibt es irgendwelche Spuren? Meine Leute untersuchen den Tatort genau. Wenn es Spuren von Mördern gibt, finden wir sie. Der Fall scheint das Interesse der Medien zu wecken. Ja, eine Horde von Aasgeiern. Die gehen für Schlagzeilen über Leichen. Diese Ermittlung. Ein echtes Affentheater. Hören Sie, ich bin hier gerade beschriftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles? Kein Problem. Ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Also man kann tausend... Nur zu! ...tausend Fragen stellen, aber irgendwie... Hey, Taten! Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. aufsetzen dahin vorhin sind wir da wo die leiche liegt langgegangen ich habe doch irgendwas gesehen wie eine spur oder so die polenkonzentration in der luft nimmt wegen des regens schnell ab aber in der nähe der leiche nimmt sie zu ja da haben wir wieder was gefunden Fußabdruck oder mehrere sogar die fußabdrücke gehen nach der pollenspur weiter könnte sein dass sie vom täter stammen die eintrag blutspuren am zaun hinter der bahnlinie entdeckt die blutanalyse zeigt fortgeschrittene lang andauernde erschöpfer ach egal bisschen matsch kann ich schaden wir werden da ja wohl hochkommen na bitte der mega professor macht hier eine richtig fette analyse aber nicht wieder ganz da unten auf jeden fall opfert er sich ganz schön für seinen job weiter wie der aussieht könnte sein dass sie vom täter stammen der wagen des mörders krasse analyse hier ja ok kann ich ihn verstehen ich will ja auch nicht vom auto laufen ich glaube das war es dann auch erst mal könnte sein dass sie vom täter stammen das ist aber auch matsche hier jetzt klettert er wieder nach oben ich will aber nach unten ja komm wir gehen wieder runter hier ich glaube wir finden hier nichts mehr wir können eins nochmal machen wir wissen ja das das Auto hier dann weggefahren ist ich gucke es auch nicht weiter ok beweise dürften wir hier nicht mehr finden also gehen wir wieder runter ich glaube die untersuchung ist hier abgeschlossen ich glaube die Hier eigentlich schon gepuppt, das war es gar nicht. AI-Eintrag, unwichtige Probe, wahrscheinlich von einem der Polizisten am Chartort. Ganz schön kalt, hä? Ist das ein Kaffee, den Sie da trinken? In der Körnuskanne, hinter Ihnen. Nur zu. Wann fand man die Leiche? Entschuldigung, aber, wer sind Sie noch mal? Norman Jaden? FBI? Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Lieutenant Blake, Sir. Sau Wetter, hä? Regnet es hier immer so? Im Herbst schon. Marien zu Hause, kleine. Doch. Doch, klar. Gehen wir mal weg, die sind ja nicht gerade nett. Reden wir mit ihm nochmal. Und erzählen ihm unsere Erkenntnisse. Ja, wenn er das Bild wechselt, ist es wie gesagt mit der Steuerung manchmal ein bisschen komisch. Aber okay. So, geht er dann jetzt nicht? Achso, ja. Ich würde sagen, warum geht er nach unten nicht mehr lang? Weil man drückt nach vorne, dann dreht sich das Bild, dann muss man wieder nach unten drücken. Dass er einem entgegenkommt. Das ist so ein bisschen neuer. Das ist ein geil. Also, schönes Game. Alter, jetzt steige ich da so matschig in mein Auto ein. Ich sollte die Leiche mit AI untersuchen. Okay. Stimmt, die Leiche haben wir noch gar nicht richtig untersucht. Machen wir das mal. Ganz gut, dass der Tatort doch noch nicht abgeschlossen ist. Ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwas noch fehlt. Aber okay, ich bin ja auch kein Kriminalbeamter. Woher soll ich das wissen? AI-Eintrag des Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Schöpfunde am rechten Oberschenkel. Das Blut ist identisch mit dem Erzauber. Nee, ey. Hau doch nicht ab. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Nee. Wir haben noch einen Hinweis. Da gucken wir noch mal. Sein Gesicht ist voller Schlamm. Wie bei den anderen Opfern. Boah, jetzt haben wir alles gesehen. Das müsste auf jeden Fall reichen. Das müsste auf jeden Fall reichen. Das müsste auf jeden Fall reichen. Boah, das arme Auto. Ja, man hätte mal die Option, auch mal auszusteigen. Da muss ich noch mal ein bisschen mehr denken. Ist ja logisch, dass er dann aussteigt, wenn ich nach links drücke. Ey. Ich glaube, wir haben in der kurzen Zeit mehr rausgefunden, als wir an die Solizisten wieder vor Ort waren. Ich glaube, wir haben in der kurzen Zeit mehr rausgefunden. Aber krass, das Ganze ist irgendwie wie so ein Film. Unglaublich geil gemacht. Heftig, heftig, geil. So. Ja, da würde ich sagen, ist ein Sektor. Nee, Schmetterling, ja. Ein Schmetterling. So, was ist das? Ratte, Fuchs. Nö, da würde ich sagen, ist ein Wolf, oder? Ein Wolfskopf. Sehe ich als Krebs. Ein Krebs. Blut, Tod oder Schatten? Ja, okay, Tod kann man da drin sehen, immer mal Schatten. Ein Schatten. Ein bedrohlicher Schatten. Hm. Der macht natürlich jetzt die Therapie, ist ja ganz klar. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Wie geht es, Sean? Enttäuscht ist auch... Ich weiß, er ist enttäuscht von mir. Ich bin nicht mehr der Vater, der ich einmal war. Ja, okay. Er ist ein guter Junge. Er verdient was Besseres. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Ich fühle mich irgendwie wie betäubt, als ob es nicht real wäre. Manchmal sage ich mir, das ist alles nur ein Albtraum und ich werde gleich aufwahren. Ja, so ein Ereignis muss man erst mal vorarbeiten. Ich habe manchmal diese Blackouts. Ich weiß da nicht. Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Aber dann bin ich woanders. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen sechs Monate im Koma. Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Er hätte gerne mit seinem Sohn, glaube ich, getauscht. Scheiß Situation. Schwierig, schwierig. Willst du was essen? Ist irgendetwas schon? Er wirkt so bedrückt irgendwie. Hier geht's gut. Wie war's denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Willst du nicht mit dem anderen spielen? Dazu hab ich keine Lust. Vorhin war er irgendwie ein bisschen fröhlicher, der Junge, ne? Was mache ich, um ihn aufzuhaltern? Er hatte einen Bumerang in der Tasche. Ich konnte früher ganz gut damit umgehen. Vielleicht eine Fahrt im Drehkarussell? Ja, hat er früher, fand er das ganz geil, wenn wir im Garten gehen müssen, durch die Gegend geschleudert haben. Früher hat Sean die Wippe geliebt. Armer Sean. Er muss wegen mir Ärger in der Schule gehabt haben. Früher liebte es, Sean in den Park zu gehen, zu lachen und Unsinn zu machen. Man, er war so glücklich. Aber das war vorher, vor Jason. Vielleicht hat er Lust zu schaukeln? Ja, ich mach mir die ganze Zeit Gedanken, aber ich muss nur mit dem Jungen interagieren. Dein Bumerang? Kannst du den werfen? Nein, Dad, nicht wirklich. Bei mir kommt er nie zurück. Kann ich mal probieren? Ah, schade. Weil ich ihn ja nicht aufgepasst habe mit der Tastenbelegung. Das Fang muss ich noch üben. Oh Mann. Ich merke gerade, ich war auch schon mal besser. Ja, los, komm. Okay. Und jetzt, wenn er jetzt zurückkommt, fang. Yo. Endlich. Ja, komm, den nächsten fangen wir auch wieder. Wow, du hast es geschafft, Dad. Willst du jetzt mal? Das schaffe ich doch niemals. Komm schon, jetzt gemeinsam. Also, das Wichtigste ist, die richtige Ausgangsposition. Dann dürfst du ihn gerade und ein bisschen nach rechts. Jetzt. Bervin. Gucken wir mal, ob er zurückkommt. Hey. Sehr gut. Ich dachte, ich musste mal eine Taste drücken oder so. Siehst du? War gar nicht so schwer. Ah, jetzt ist er wieder ein bisschen fröhlicher. Das ist doch schön. Okay. Boah, dann können wir ja mit ihm noch mal ein bisschen schaukeln gehen, oder? Ich finde etwas anderes für uns beide. Früher hat Sean die Wippe geliebt. Fragen wir ihn mal auf, wie er die Wippe liebt. Aber jetzt spricht er mit mir nicht, oder? Vielleicht eine Fahrt im Drehkarussell? Komisch. Vorhin habe ich das ausgewählt mit einem Bumerang. Ah, alles klar. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Oh, das war als Kind auch toll. Weiß gar nicht, was man daran so toll gefunden hat. Ging immer hoch und runter. War wahrscheinlich das Gefühl dann. Komm, Dad. Lass mich fliegen. Ja, das war toll als Kind. Das fand ich auch mal klasse. Problem war immer nur, wenn der andere, sag ich mal, gegenüber schwerer war oder so. Gerade wenn es erwachsener war, dann ging das ja gar nicht. Aber er macht das ja schon ganz geschickt hier. Schön, dass der Kleine jetzt so gut drauf ist. Das Drehkarussell macht er ja. Das Drehkarussell macht er ja. Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse. Ich habe mir gedacht, er macht er das Drehkarussell. Ach nee, das ist ja Flugzeugspiel, ne? Wenn man so sich mit dem Kind so dreht, dass das Kind so fliegt. Boah, da wird mir ja selber schwindelig schon vom Zug gucken. Alter, wer läuft noch mit? Ja, wenigstens regnet es an dem Tag mal nicht. Aber dunkel ist es trotzdem, da. Ah, die Kinder laufen. Ich kann nur, ich kann gar nicht laufen. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ich auch schon. Ich auch. Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hole die Karte. Oh, da haben wir beide dieselben Gedanken gehabt. Einmal. Ein Dollar. Oh, das habe ich als Kind auch geliebt. Das war auch toll. Ich wollte mal gar nicht mehr runter. Oh nee, jetzt kriegt er wieder seine Aussetzer. Ich hoffe, er macht keine Dumme einen und fällt nach hinten ins Karussell oder so. Oh Mann ey. Ah shit. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du so schnell wieder eine Interaktion kommst. Okay, aber das mit dem Regen jetzt, dass er nicht weiß, wo er ist. Und das ist ja immer dieselbe Sequenz irgendwie. Ja, das kann ja eigentlich immer nur ein Traum sein. Ja, der wird ja nicht mitten in der Nacht rumlaufen. Ja, das finde ich aber jetzt so ein bisschen happy, muss ich sagen. Ich meine, wenn er vor dem Karussell stand und der Kleine ist mit dem Karussell gefahren und er stand da. Ja. Hey, bleib mal locker jetzt hier. Entspann dich mal. Hast du, vorhin kann er nicht laufen, jetzt dreht er ja völlig durch. Der Clan ist wirklich nicht da. Das kann doch nur ein Albtraum sein. Er fährt doch nicht Karussell. Dann stehe ich vor dem Karussell und dann ist auch mal, bin ich im Regen und alles andere ist weg. Das kann nicht sein. Ich hoffe ja, dass er das nur träumt. Boah, das ist ja düster und emotional. Ich sag mal, einen neuen Bonus freigeschaltet, okay. Das System lädt wahrscheinlich gerade. Ich kann nichts machen. Nee, ah, alles klar. War wirklich am Laden. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Ja genau, setz mal da eine Brille auf und analysier mal die Gegend. Oh, was soll ich mal das für ein... Alter, das ist ja krass. Jetzt kann er da virtuell Ball spielen, ja? So, genug gespielt. Er wird ja wohl gleich für uns Zeit haben. Das ist ein bisschen... Aber wenn ich jetzt nur mit der Brille die ganze Zeit irgendwie Ball spiele oder so, ist auch dämlich. Das war ein nettes Feature, aber... Der denkt, wir haben einen an der Mütze. Ich bin weg, Chalene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch. Es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Sie sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Er hat zu seinen Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killerfall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Peter lässt Plumen und Origami-Figuren. Kapiert das einer. Dann kriegt die Pressewind davon. Und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Der kann auf jeden Fall eine Krawatte binden. Natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren auf einem Silbertablett. Hm. Nicht schlecht. Aber kann ja nicht um die Presse gehen. Es geht darum, dass es keine weiteren Opfer gibt. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen Ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Ja, willkommen im Club. Ja. Ja. Noch mal genau, wo war es Charlene. Der ist ja mit mir hier so durch die Gegend gelaufen. Das war es nicht. Ja, hier. Das ist hier, glaube ich, so. Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, so was ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gerne was dazu geben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Ja, nehmen wir an. Seien Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro. Ja, natürlich. Kommen Sie. Na, gleich hier vorne. Das ist ja praktisch. Au, das sieht aber ranzig aus. Das? Das ist mein Büro? Sie sollen hier erst mal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Alter, das ist aber heftig hier. Es muss erst mal renoviert werden, nur dass keine Fenster richtig... Boah, das sind keine Arbeitsbedingungen. Okay, Zeit zu arbeiten. Willst du was trinken? Nö. Alter, Alter. Ich meine, wenn du alles runterschmeißt... Oh, da ist eine Spinnwebe, na lecker. Okay, ja, das ist von der Raumaufteilung her, macht das mehr Sinn. Da hat er schon recht. Aber sein Telefon hat er trotzdem noch nicht aufgehoben. Jetzt nimmt er seine Brille und was will er jetzt scannen? Die Spinnwebe oder... Schritt 1. Ah, okay. Das Büro wechseln. Ah. So. So. Heftig hier, das nenne ich mal Virtual Reality. So, was haben wir denn da? Hinweise, Akten. So, mal öffnen. Acht Opfer in den letzten drei Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach drei bis fünf Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Krass, wenn ich überlege, unser Vater, der immer wieder nicht weiß, was er getan hat, mit diesem Origami irgendwie in der Hand aufwacht. Wer weiß, ob der nicht damit was zu tun hat. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. Jetzt haben wir Geoanalyse gemacht. Das haben wir ja schon analysiert. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand. Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als sechs Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtig. Ja, das ist schon sehr merkwürdig. Hier scheint aber auch ein wenig ganz reisefertig zu sein. Schon wieder? Ich wasche mir lieber das Gesicht. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Ich weiß, ich schaff das. Hier ist doch noch was zu trinken. Alter, da bist du ein Detektiv. Ach nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 CIA Agent. Nee, nee, FBI. Ach, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann bist du da der Megaschlaue, hast aber selber so eine Störung, dass du dir irgendwas reinziehen musst, damit du wieder klarkommst. Das ist auch nicht normal. So, bleiben wir mal an den Tasten, nicht dass wieder eine Aktion passiert und ich reagiere nicht. Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Maas. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... ...17.15 Uhr, glaube ich. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Grün, ne? In grün. Und eine Hose. In braun. Ach du Scheiße, ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Ich konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merkten. Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Ich... ich erinnere mich nicht genau. Es ging alles viel zu schnell. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Ich war in der ganzen Nachbarschaft. Ich dachte, er könnte nicht weit sein. Okay. Das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Maas. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben... Glauben Sie, der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch vier Tage, um ihn Leben zu finden. Ja, okay. Das war mal eine nüchterne Analyse. Wobei... Er ja derjenige ist, der immer wieder mit dem Origami irgendwie in der Hand nüchtern... Ja, was ist er nüchtern? Wieder aus dem Gedächtnis-Schwund aufwacht. Haben Sie was? Nein, noch nichts. Aber Sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Er muss ja schuldig sein irgendwie oder sich schuldig fühlen. Das zweite Kind sozusagen, was er dann verliert. Was passiert, Ethan? Wie konntest du schon verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt! Ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Aber das war hart. Das war eine harte Nummer. Das wollte ich nicht sagen. Aber ich wollte gerade sagen, also, naja, er hat sich ein bisschen im Ton vergriffen, aber kann ich verstehen in der Situation. Oh Mann, ey. Ist schon das zweite Kind weg. Heftig. Ja, das ist harter Tobak. Harte Geschichte, finde ich. So, Erinnerung. Hören Sie die linke Maustaste gedrückt, führen Sie die Bewegung langsam durch. Alles klar, Erinnerung weg. Ach, der Detektiv. Alles klar. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Ich bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ja. Komm. Ich habe auch jemanden verloren. Mitzielen, das glaube ich in der Situation so besser. Ich weiß, dass ich darüber nicht reden möchte. Ich glaube, hier müssen wir hartnäckig sagen. Sie wissen vielleicht etwas, das Leben retten könnte. Ich konnte das Leben meines eigenen Sohnes nicht retten. Ich verstehe nicht, wie ich das Leben anderer retten könnte. Ich meine, wir haben es mit Empathie versucht. Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz umsonst hier. Ja, ganz hinten, rechts. Danke. Ja, was ich sagen wollte, wir haben es eben mit Empathie versucht. Weil ich dachte, wenn sein Sohn weg ist, dann sollte man mit ihm mal reden. Das ist alles in Ordnung. Bevor man hartnäckig bleibt. Aber Hartnäckigkeit hat uns ja auch nicht ausgezeichnet. Ja. Na, das ist hier mehr Alkohol. Was ist das? Tja, das ist jetzt die Frage, wo finden wir die Dinger? Anstatt, dass er mitkommt und uns den Weg zeigt. Naja. Boah, Mann, ich meckern, wir werden es schon finden. Okay, Steph-Only, also Steph-Only ist nur für Angestellte. Können wir da links nicht gehen? Ah, da haben wir sie. Krass, die kaufen das einfach im Supermarkt. Guten Abend. Das habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt passiert. Weil ich meine, warum sollten wir denn den Supermarkt einfach suchen? Keine Scheiß-Spielchen. Mach die Kasse auf, Arschloch. Hol das Geld raus. Scheiße, bist du taubend? Mach jetzt die Scheiß-Kasse auf, Mann. Nein, Sir. Sie haben nicht das Recht, mein Geld zu stehlen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Sie kriegen es nicht. Was hast du gesagt? Kapierst du es nicht? Hast du es nicht alle? Ich jag dir eine Scheiß-Kugel zwischen deine Scheiß-Augen, wenn du nicht aufmachst. Los! Sie werden mir mein Geld nicht stehlen, Sir. Es gehört mir. Ich bitte Sie, gehen Sie, bevor es zu spät ist. Mann, du Penner! Mach das Ding auf! Ich lege dich sonst um! Nein, nur nicht unter ihm. Nein, das kann ich nicht tun. Hey, Sie! Kommen Sie! Kommen Sie her! Ja, komm, wir wollen den auch überwältigen, oder? Hände hoch! Lass uns... Keine Bewegung, oder? Ich schieße! Ja, ich warne Sie, ich schieße! Ach, der hat hier so einen Astrohandsfall immer, ne? Nicht hochnehmen, schieße ich! Im Ernst, ich blase Ihnen in das Hirn raus! Ach, der hat den wirklich angeschossen. Ey! Was soll denn der Scheiß? Ich konnte die Hände nicht hochnehmen. Ich dachte, er sagt jetzt, ey, du musst doch mal das Astrohandspray noch besorgen. Äh, bezahlen wir nicht. Darf ich? Da ist so ein Origami-Tier, ja. Bitte, nehmen Sie den Karton. Vielleicht nützt er Ihnen etwas. Mir hat er nicht geholfen, Reser zu retten. Aber vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Alter, so ein Streitschluss scheint ja nicht so groß mit zu tun. Ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geändert. Aber krass. Der kommt immer wieder in eine Situation ran, wo er helfen will und wird dann, äh, ja. Geht dann auf die Fresse. Also, überlegt, der Prostituierten-Golfen hat nur einen draufgekriegt. Hier wurde er angeschossen, weil er geholfen hat. Mal sehen, was das nächste Mal passiert. Okay. Das ist doch das alte Haus, wo die früher drin gewohnt haben. Also, sie wohnt da noch drin, okay. Das ist ja krass. Das ist ja auch ein geniales Haus. Okay, die kann natürlich nicht schlafen, das ist ja auch logisch. Oder hat es schlecht geträumt. Ja, wie willst du das auch als Mensch irgendwie verkraften, ey? Wenn die beiden Kinder weg sind. Ich bin gerade aufgestanden. Hier ist der auch. Gucken, was will sie denn machen jetzt. Schlaflosigkeit. Die Küche war doch hier gleich, ne? Erstmal gucken, wie er mal wieder klarkommt. Oder ist das doch nicht... Ne, das ist doch nicht das Haus, wo sie sich vorher drin gewohnt hat. Die hat einfach nur eine fette Butze, also eine normale Wohnung. Glaube ich. Oder mal die Küche hier finden. Da. Genau, jetzt muss ich mal ein bisschen was warm machen. Das ist wahrscheinlich besser. Ich hätte ja auch die Tabletten da nehmen können, aber... Das war mir ein bisschen zu einfach. Jetzt hat sie was heißes getrunken. Was haben wir denn noch? Ins Bett gehen. Vielleicht sollte ich ins Bett gehen und nochmal versuchen zu schlafen. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Alter, ist das eine fette... Da ist jetzt ja nur die Wohnung, nicht das... Kein Haus oder so, aber... Mann, 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 ey. Richtig schick und groß. Das Schöne ist immer an Wohnungen, wenn die richtig groß sind. Das ist echt toll. So, was kann man denn machen? Irgendwann ist mal hinten, ne? Genau. Ich hoffe, dass er irgendwann einschläft. Ah, ich glaube, das wird nix. Weil der kreist so viel im Kopf rum. Da wären Tabletten vielleicht noch eine Lösung. Naja, schauen wir mal. Dusche beschäftigen. Nehmen wir mal Tabletten. Ah, nicht mehr nehmen, okay. Eine schöne heiße Dusche, die zaubert mich in einen tiefen Schlaf. Okay, dann müssen wir erst mal das Badezimmer finden. Was ist denn eigentlich hier jetzt? Wenn ich jetzt hier gehe, dann... So, dann kann ich da hochgehen, ne? Ah, hier ist das Badezimmer, alles klar. Habe ich ja nicht alles falsch gemacht. Hier ist die Badewanne, dann wird ja hier die Dusche sein. Krass, wie viel Duschen hatten die da? Ich versuchze, dass ihr das Badezimmer wäre. Ich machсь. Und dann wird es nicht mehr. Ich mache das Badezimmer. Und dann eine Runde, ich kann das Badezimmer geben. Ich mach sie Today. Und dann habe ich sie in den Kuchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, Angst ist schlecht, Kühlschrank, immer mal Kühlschrank Wieso ist der Kühlschrank jetzt offen? Reiß dich zusammen! Du hast ihn wahrscheinlich aus Versehen offen gelassen Genau, wollte gerade sagen Ich auch mal von aus Oh, nee, da war wer Ich hab ja die ganze Zeit versucht, mich noch zusammenzureißen Hier ist jemand in der Wohnung Das Telefon auf dem Tisch Ich könnte Hilfe rufen Die Tür Der einzige Weg nach draußen Wenn ich sie erreiche, hab ich noch eine Chance Lauf ich ja wieder zurück Scheiße Okay, kann ich mich jetzt nicht wehren, irgendwie? Doch Ich weiß sie wenigstens zu werden Sehr gut, sehr gut Ah, scheiße Alter, sehr gut Scheiße So wie ich spiele So geht die Geschichte auch aus Scheiße Ja komm, ich will überleben Scheiße Mann Ah, sehr gut Oh nein Alter Hab ich ja ein Glück, dass ihr es nur geträumt habt Mann Ich dachte schon Verlier ich den Charakter auch noch Alter, helft mich ja Wenn ihr so eine Träume hast Mann, Mann, Mann Okay, ich hab einen neuen Bonus freigeschaltet Ist immer gut Ähm Muss ein bisschen warten Wegen den Ladezeiten Krass Krass Was die vorher total für eine Grafik kam Das Spiel ist ja jetzt Auch schon ein paar Jahre alt Irgendwie Ich glaub's doch auf Playstation 3 auch schon Oh Mann ey, der tut mir auch leid Warte, wenn ich das sehe, Sean, der auf seiner Tafel steht das noch drauf Zu welchen Zeiten er mit den Jungen irgendwie Essen frühstücken Was weiß ich Ach ja Persönlich Okay Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen Waren alle Kinder verschwunden Sie suchten und riefen sie Sie weinten und flehten Doch alles war vergeblich Die Kinder wurden nie wieder gesehen Was kriegt der denn für Post Ich muss hier weg und raus finden, was dieser Schein bedeuten soll Nicht das beste Wetter hier Na komm Gehen wir hier runter Ja, warte mal Ich geh mal auf über den Zaun Ich dachte erst, wir müssen vielleicht doch vorne raus oder so Aber Genau die Richtung hat die auch geguckt Irgendwie Ja Ich erwarte sie jemanden, der ist noch verschwunden Mr. Maas, stimmt es, dass ihr Sohn verschwunden ist? Ihr Sohn ist noch am Leben? Alter, die Presse ist aber auch grausam Ja, auch zuerst seine Anfälle nicht während des Autobahns Das wäre ja richtig krass Oh, ich habe ein Zeichen gefunden Jetzt geht's wieder los Ich kann ja auch nichts machen in der Zeit Ich kann es durch die Menge schaffen Ich kann kein Gedränge ertragen Es geht einfach nicht Ich schaffe das nicht Zu viele Menschen Scheiße, was hat der denn für eine Psychose? Ich will den Planen Okay, das dabei ist nochmal Ich will den Planen Ich will den Planen Heftig, heftig. Da hinten ist der Ballon. Na komm, den kriegen wir auch nicht laufen, ne? Ja toll, jetzt fallen alle um, naja. Okay, ich kann immer rufen nach Jason, aber ob das was bringt? Dad! Ob sie jetzt sowas nicht beim Auto fahren? Gepäckschließfächer. Ja. Ja. Reihe 18, Fach Nummer 3. Okay, Reihe 18, Fach Nummer 3. Falsches Schließfach. Nehmen wir das mal. Falsches Schließfach. Shit. Reihe 18, Fach Nummer 3. Müssen wir ja wahrscheinlich hier lang. Hier ist 17. Da muss ja irgendwo die 18 sein. Hier ist die 18. Ja. Fach Nummer 3, hier muss es sein. Jo. Wird wahrscheinlich auch ein Karton drin sein. Wie bei den anderen auch, oder? Ja. Und eine Origami-Figur. Scheiße. Dachte, ich hatte mal noch Hoffnung, dass der Junge nicht von diesem Origami-Killer gefasst wurde. Sondern, dass das er irgendwie weggelaufen ist, oder so. Ja. Man sagt immer, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber... Ja. 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 Ich hoffe, dass er dem Alkohol nicht verfällt, dass er ja misst. Das löst ja die Probleme auch nicht. So. Was haben wir denn Karton? Was ist denn... Okay. Origami-Figur. Pistole. Ich weiß gar nicht, ob bei den anderen auch mal eine Pistole dabei war. ein Diktiergerät. Sehr seltsam. Krass, dass es ihn erwischt, weil ich habe gedacht, dass er der Killer ist, weil er immer diese Ausfälle hat und dann, sage ich mal, diese Origami in der Hand hatte. Haben sie den Mut, ihren Sohn zu retten. Hilfe! Dad! Sean! Wo bist du? Mir ist so kalt! Dad! 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 Hat er den da eingesperrt, ey. Das ist ja wie bei Jigsaw, ich will ein Spiel spielen, ne? Wie weit würden sie gehen, um jemanden zu retten? Ja, normalerweise müsste man damit zur Polizei gehen. Was ich krass finde, der Typ im Laden hat dort dem einem detektiven Karton geübergeben mit einer Origami-Figur. Ich würde da bestimmt auch eine Pistole drin gewesen sein. Was ich krass finde, der Typ im Laden hat dort dem einem detektiven Karton geübergeben mit einer Origami-Figur. Der Mörder ist weiß zwischen 30 und 45. Er handelt nicht spontan, sondern plant seine Taten sehr akribisch. Er hat nichts gegen die Opfer persönlich. Er bedeckt die Gesichter mit Schlamm, so sind sie anonym. Und warum bringt er sie um, wenn er nichts gegen sie hat? Sie sind für ihn nur Abbilder, Symbole. Er gibt ihnen wohl deswegen eine Origami-Figur und eine Orchidee als Geschenk. Eine Art Entschuldigung für das Verbrechen. Interessant. Und was bringt uns das? Ich hoffe weiter. Das Profil des Killers hilft uns, den Täter wesentlich besser zu verstehen. Möglicherweise hätte ein Profil der Ermittlung schon früher genutzt. Weiter, Jaden. Dann habe ich mir die geografische Lage der Fundorte angesehen. Den ersten Mord verüben Täter meist in der Nähe des Wohnorts, um bei Problemen einen sicheren Rückzugsort zu haben. Gewinnt der Täter mehr Sicherheit, bewegt er sich auch weiter weg. Ich habe die Orte, an denen die Opfer entführt wurden, genau analysiert und einen möglichen Wohnbereich des Täters eingegrenzt. Und wie groß ist dieser Bereich? Im Moment 10 Quadratmeilen. Oh, gut. Da leben ja nur ungefähr 10.000 Leute. Wollen Sie sie einzeln vernehmen? Es ist vielleicht nicht die Adresse des Mörders, aber wenigstens ein Anhaltspunkt. Blake, wenn Sie eine bessere Idee haben, nur raus damit. Bloß keine Hemmungen. Ich bin sehr gespannt. Ein Detail ist mir besonders aufgefallen. Die Zeitspanne zwischen dem Verschwinden des Opfers und dem Auffinden der Leiche beträgt drei bis fünf Tage. Es fallen immer 15 Zentimeter Niederschlag, plus minus 10 Prozent. Und was soll das heißen? Alle Opfer ertrinken in Regenwasser. Der Mörder tötet nur im Herbst, da regnet es viel. Vielleicht steckt er sie in eine Art Brunnen oder Tank, der oben offen ist und Regen reinlässt. Je mehr es regnet, desto schneller sterben die Opfer. Ja, du kannst ja suchen gehen. Ja. Was? Ich bin da am Schlamm rumgelaufen? Ihr riesiger Erfahrungsschatz hat die acht Opfer nicht davor bewahrt, ermordet zu werden. Blöder Wichser! Das reicht jetzt! Ja, ich meine, es lassen mir auch nicht gefallen. Sie sagten 15 Zentimeter Niederschlag tötet die Opfer. Wie viel Zeit haben wir noch? Wenn der Wetterbericht stimmt, keine 72 Stunden. Okay, das mit der Befragung finde ich ganz gut. Ich weiß gar nicht, warum der andere da so ein Problem mit hat. Blake mag es auf jeden Fall nicht. Naja, egal. Keiner da. Das war reine Zeitverschwendung. Wir sollten trotzdem mal einen Blick riskieren. Es ist keiner da. Jetzt schon. Kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist. Ja, komm, jetzt, äh, gefällt mir Blake aber besser. Und wenn schon? Also, Blake oder Black? Ich nimm mal Black. Na, das sieht sehr nach Ritual aus, ne? Dieser Nathaniel Williams ist wohl ein Mann Gottes. Ein gottesfürchtiger Idiot, der auf das Ende der Welt wartet. Wir haben ihn vor ein paar Monaten wegen Ruhestörungen im Park schon einmal verhört. Er ist total ausgerastet. Sagt, er wird stimmen. Glaubt in seinem kranken Kopf, dass ich der Antichrist bin und ihn hier auf der Erde verfolge. Hm. Was für ein Spinner. Was ist denn der denn da? Ein Glas Milch oder wie? Erstmal nach oben und dann nach unten oder wie? Nö. Ist er mit seiner tollen Brille, um eine Analyse zu machen. Ja. Ah, und da merken wir wieder das Problem hier mit der Steuerung, wenn man es nicht mit der Joypad spielt. Die Kerzen brennen noch. Er müsste bald zurück sein. Der Schwede, der ist aber sehr religiös. Das ist mit der Steuerung, ich ziehe einmal nach unten. Da muss ich halten oder wie? Ja, was soll das denn? Ich ziehe doch schon nach unten. So, und jetzt... Okay, da hat eine Menge Medikamente da drin. Okay. Na. Alter. Komm schon. Ich will wohl mit deiner Steuerung klarkommen hier. Nach oben. Festhalten da oben und... Genau. Klappen. Noch mehr Medikamente. Einen richtigen Hinweis habe ich noch nicht gefunden. Warte mal. Ich wollte mal was gucken. Wo bin ich hier? Da war doch gerade so eine Küche, ne? Auch wieder Medikamente. Bin ich auch nicht normal. Ja komm. Okay. Wollen wir auch noch mal gucken. Und wie schauen wir hier gerade nix zu finden, aber macht ja nix. Gucken kostet ja nix. Gucken kostet ja nix. Na. Aber das ist das nicht, wenn die Steuerung dann so ruckzickt. Ja. Ja. Da unten auch eben geguckt. Warum guckt er denn jetzt nicht mehr da unten? Okay. Hier war ja das Schlafzimmer. Da waren wir schon drin. Ah. Kommt wieder. Gutes Timing, Nathaniel. Genau der, den wir suchen. Engel und Himmelswächter schützt uns. Ancient Norman Jaden, FBI. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Gott ist mein Zeuge. Ich habe nichts getan. Ich schwör's. Ruhig bleiben. Niemand dürft Ihnen etwas vor. Wir wollen nur reden. Nathaniel, wissen Sie noch, wo Sie letzten Dienstag um 16.30 Uhr waren? Hier. Ich war hier, betend. Den ganzen Tag. War jemand bei Ihnen? Nein. Nein, ich war allein. Arbeiten Sie, Nathaniel? Haben Sie einen Job? Meine einzige Arbeit ist das Gebet zum barmherzigen Gott. Für die Erlösung der Menschheit. Aber der muss doch von irgendwas leben. Kann er mir doch nicht erzählen. Warum all diese Kreuze? Fürchten Sie etwas? Die Stunde ist nah. Der Zorn Gottes kommt über die ganze Menschheit. Ich warte auf das Ende der Welt. Und die Stimmen, Nathaniel? Hören Sie die Stimmen immer noch? Wir wissen, wer zu Ihnen spricht, nicht wahr? Wir beide wissen das genau. Nicht den Namen sagen. Was sagt er Ihnen, Nathaniel? Ich kann es nicht sagen. Wir dürfen nicht reden. Er will neue Opfer von Ihnen, nicht wahr? Er will mehr. Immer mehr, nicht wahr? Nein. Nein. Lücken Sie auf. Lücken Sie auf. Er wird kommen. Er wollte auch das Kind aus dem Park. Die Stimmen quälten Sie die ganze Nacht lang. Sie wollten nur, dass Sie aufhören. Nicht wahr, Nathaniel? Stopp. Stopp. Das reicht. Sie gehorchten, damit Sie aufhören. Sie haben den Jungen entführt und ertränkt. War es nicht so? Nein. Nein. Stopp. Stopp. Sie haben Sie umgebracht. Gestehen Sie endlich, Sie Dreckschwein. Ah! Sie sind der Antichrist. Waffe runter, Nathaniel. Ich werde Sie zurück in die Hölle schicken. Er ist Satans Sohn. Er soll uns alle vernichten. Herr Gott noch mal. Los! Ruhig, Nathaniel. Niemand will Ihnen was tun. Waffe runter. Lieutenant Blake wird jetzt die Erde verlassen. In diesem Moment kehrt er ins Schattenreich zurück. Wesen der Finsternis, ich befehle dir, kehre zurück ins Reich der Schatten und gib unserem Nathaniel Frieden. Dämon. Du sollst bedauern, dem Gesandten Gottes zu begegnen. Du sollst die göttliche Macht erfahren. Bleiben Sie ruhig. Alles wird gut, Nathaniel. Oh, Allmächtiger. Hilf uns im Kampf gegen das Böse. Hey, das ist jetzt aber eine schwierige Entscheidung, was ich jetzt hier mache. Ich hoffe, er drückt nicht ab. Und jetzt die Waffe runter. Auf den Boden. Ich... hab ihn erschossen. Jep. Sieht so aus. Wirklich schade. Hm. Los, wir gehen. Oje, oje, oje. Einfach gehen jetzt? Naja. Oje, 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 oje. Oje, 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 oje. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und führen Sie die Bewegung langsam mit der Maus aus. Das haben wir doch gemacht. Wirklich. Wirklich. Weilen hier. hier sind wir richtig hier ist die tür da kommt hier steht sogar wäckchen, baby mrs. Bowles jemand da Oh krass, guck mal, es ist schon das Baby. Moment. Hallo, kleiner Engel, na, suchst du deine Mama? Ich würde sagen, wir müssen uns mal Milch geben oder so, ne? Na los, ich muss das Haus durchsuchen. Vielleicht ist es auch nicht zu spät. Hier ist nix. Ach, er geht davon aus, dass sie Selbstmord begeht, ja? Oh, scheiße. Oh Mann, ey. Ich hoffe, wir können sie noch retten. Heftig, heftig. Da legen wir sie ins Bett oder machen wir damit? Geht ja nur hier, oder? Ja. Die hat mir schon so viel Blut verloren, dass ich einen Arzt brauche auf jeden Fall. Ich rufe den Notarzt. Nein, ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Okay. Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaube schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Wird sich doch nie um ihr Kind kümmern können. Jetzt hat er die Hände gewaschen, das ist ja schön. Mal sehen. Ich brauch das und das und das. Hey, der gerät aber auch immer in eine Scheiße rein. Das ist echt unglaublich. Kann einen richtig lad tun. Ich brauche mehr, es blutet noch. Ich bin da, Susan. Alles wird gut. Nicht perfekt. Oh Mann, aber es reicht. Hoppen. Ja, so geht's doch. Ich dachte schon, der kriegt das mit dem Verbinden nicht hin. Mann. Ey, es ist... Also, die Steuerung ist manchmal echt ein bisschen nervig. Mehr kann ich nicht tun. Das sollte reichen. Zum Glück sind die Wunden nicht tief. Hey. Wie geht es Ihnen? Okay. Mein Baby. Mein Baby braucht mich. Gut. Sie bleiben da. Ich würde dir erstmal was vertrinken geben. Ich schaue nach dem Baby. Okay. Nachdem es das Blut verloren hat. Kennen Sie das? Äh, mit dem Baby? Ich bin Detektiv. Ich kann alles. Ey, der Typ ist auch echt barmherzig und gerät immer in eine Scheiße rein. Okay. Ich muss immer allen helfen. Ich hoffe, das geht für ihn nachher auch nochmal gut aus, die ganze Geschichte. Der juckt gleich die Nase. Nur erstmal die Hände waschen. Ja, wo waren jetzt, äh, die Küche hier? Hä, der, der hat doch auf so Waschbecken geguckt. Bin ich gekloppt? Okay, dann machen wir es anders. So, gehen wir ins Badezimmer und waschen uns erstmal die Hände. Ja, das macht durchaus Sinn. So. Jetzt können wir uns auch ums Baby kümmern. Oh, die läuft denn da draußen rum. So, eben da einer am Fetzerland gelaufen. Hallo, Emily. Hey. So. Was haben wir denn für ein Problem? Hm? Oh. Ich glaub, ich weiß, was es ist. Wir müssen einfach mal ein Baby wickeln, ne? Hätte ich in dem Spiel auch nicht erwartet, aber okay. Okay. Sehr menschlich, das Ganze. Schöne. Wie ging das nochmal? Hm? Häh? Hm? Ja, freut sich aber. Oh Mann, das ist ja völlig falsch. Okay. Von vorn. Na bitte, alles wieder frisch. Oh, das ist doch schön. Das ist besser. Stimmt's, Emily? Was zu trinken wäre wahrscheinlich noch nicht schlecht. Hey, was ist los? Wir hatten das doch im Griff. Das ist ja irgendwo, muss ja, naja, bewegt sich aber auch hier wieder komisch. Die schläft. Aber wo ist die, äh, die Nahrung, Babymilch oder so? Okay, es geht ja nur in die Tür hier rein. Wo ist denn die Küche hier? Der Freund schon gesucht hat, die wird hier sein, ne? Ah. Das ist die Milch. Ich mach das Ding mal lieber warm. Ja, besser ist das. Oh. Ich bin ja immer richtig leid. Hat Hunger. Wie er vorhin gesagt hat, er ist Detektiv. Wer kann alles? Oh, geht. Aber dorst gehabt. Ja, die wird jetzt wahrscheinlich ein kleines Bäuerchen machen, habe ich mir schon gedacht. Sehr gut, Emily. Und kotzt sie in das Hemd voll. Geht's dir jetzt gut, ja? Ja? Na ja. So. Ich werde dich jetzt ein bisschen hin- und herwiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen. Okay. Okay. Oh, die schläft aber ganz gut. Ja. Ja, kann man nur hoffen, dass die Mutter sich erholt. Nee, da hat er recht. Danke für die Hilfe mit dem Baby. Ich wollte sie nicht verlassen. Ich konnte einfach nicht mehr. Oh, krass, wie barmherzig er immer ist. Ich verstehe nicht, wie man ihm wehtun konnte. Kümmern Sie sich denn ganz allein um das Kind? Lebt Jeremies Vater nicht mehr bei Ihnen? Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Ich konnte es nicht mehr. Ich verstehe. Man merkt darauf, wie betroffen er ist, dass er immer so am Fenster stellt. Hat er eine Nachricht hinterlassen? Nein. Er sagte kein Wort, als er ging. Da war dieses Handy. Ein Handy? Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Es war sicher nicht seins. Ich hab's nie vorher gesehen. Ich wollte es einschalten, aber es ging nicht. Es ist in der Schublade im Wohnzimmer. Sie können es haben, wenn Sie wollen. Sie können sicher mehr damit anfangen, als ich. Ja, ist auf jeden Fall ein Hinweis für mich. Haben Sie Familie oder jemanden, der Ihnen hilft? Ja. Meine Mutter. Ich wollte Sie um nichts mehr bitten. Wir kommen nicht gut klar. Aber ich habe wohl keine Wahl. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Mache ich. Versprochen. Okay. Dann suchen wir mal das Handy in der Schublade. Im Wohnzimmer. Das ist doch genauso wie bei dem anderen Vater. Der andere Vater hat auch ein Handy bekommen. Mit einem Video drauf. Ja. Bier lang. Ey, der Regen, der hört sich im Kopf, über den Kopfhörer so echt an, dass ich das Gefühl habe, bei mir regnet es zu Hause selber hier. Aber es sieht natürlich auch mal so endzeitmäßig aus, wenn da so verrostete Autos rumstehen. Hätten Sie beide Maustasten gedrückt und bewegen Sie die Maus schnell in die angezeigte Richtung. Ja, das machen wir doch. Jawoll. Scheiße, er ist jetzt in der Situation, dass er das Ganze da lösen muss. Ich hoffe, es kommt zu keiner Schießerei oder... Entschuldigen Sie? Hey! Oh, ah, sorry. War beschäftigt. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Boah, der guckt aber auch übel. Ich möchte... mein Auto. Hey, Sie haben vielleicht eine Geduld. Das Auto ist seit zwei Jahren hier. Sind jeden Monat mal gefahren, haben Reifen und Batterie gecheckt, genau wie Sie es gesagt haben. Hier, drittes Tiefgeschoss. Den Fahrstuhl finden Sie am Ende der Werkstatt. Da steht ja schon Elevator. Wie wir da mal hin. Okay, Sie liegen dann da drüben. Einen schönen Tag noch, Meister. So eine blöde Fliege, die mich hier ärgert. Okay, jetzt hat er gesagt, äh, zum Fahrstuhl. Ich hoffe, dass er jetzt auch geht. Ich stand da nämlich eben vor. Und da ging er nicht. Aber da hatten wir auch den Autoschlüssel noch nicht. Hat mir auch keinen Sinn gemacht, runterzufahren. Genau, jetzt geht er auch. Hey, geh da ran. Ah, jetzt geht's abwärts. Ja, das ist natürlich geil gemacht, auf jeden Fall. Welch hat denn hier jetzt geblinkt? Ach, der war das, alles klar. Ich dachte schon, das wäre der Jeep da vorne gewesen. So, jetzt muss ich auffassen, dass ich nicht wieder nach links drücke. Ah, die. Ah, die. so a und d drücke ich gerade zusammen drücke ich alleine, gucke dann nach links, gucke ich nach rechts und diesen bogen mit der maus, das macht er auch nicht so steige ich ja wieder aus, ne doch nicht, ja das ist so das, was ich manchmal ein bisschen kritisiere mit der steuerung, vorhin war es so, wenn ich nach links gedrückt habe, ist er ausgestiegen ihr Ziel liegt vier meilen entfernt, hinter dem parkplatz die erste rechts abbiegen ich hoffe wir können unseren sohn retten an der nächsten kreuzung, links abbiegen rechts halten und die erste ausfahrt nehmen weiter geht's sie haben ihr ziel erreicht ich schaffe das, ich tue alles um meinen sohn zu retten wenn ich es schaffe, habe ich mehr buchstaben für das rätsel, eine einzige spur, es gibt kein zurück ich muss es tun für schon, ich habe keine wahl jetzt wird es spannend, ob wir das schaffen das heißt, ich muss hier tausend tasten drücken dann kann ich wahrscheinlich ausweichen dann war ich da ein Fehler dann kann ich wahrscheinlich dann aus na los ich schaffe das, los ich mache das, los ich mache das, die andere sind so ich mache ich Nein! 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 Ich bin in Kontrolle! In drei Meilen haben Sie jetzt erreicht. Nein! In zwei Meilen haben Sie Ihr Ziel erreicht. Jetzt schaffe ich es ja noch, aber... ...einen Fehler? Komm schon aus dem Weg, wir können aus dem Weg los! Oh, heftig! In einer Meilen haben Sie Ihr Ziel erreicht. Nein! Scheiße! Dann retten die mich natürlich auch auf. Ah nein! Scheiße! Ah, Shit! Oh Mann, ey! Ja! 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 Der Schlüssel ist im GPS. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Ja, ich kann nichts mehr machen. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Was ist denn für ein Scheiß? Der Schlüssel ist im GPS. Ich lebe! Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Das tut weh. Oh, rechte Maustasse. Mal nach oben. Das Auto kann jede Sekunde... Mann. Geschafft. Meine... Meine Belohnung. Die Buchstaben. Die Adresse. Ja, ich muss aber hier raus. Das bringt mir ja nichts, was hier jetzt gerade passiert. So. Ich drücke jetzt die rechte Maustasse, wie es da abgebildet ist. Oh, es passiert nichts. Wirklich. Ach, jetzt. Okay. Aber das war eine falsche Anzeige. Ah, alles klar. So, jetzt muss ich nur noch meinen Sohn finden. Ich hoffe, dass wir den befreien können. Boah, Alter. Das ist ja ein Stress gewesen. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Hurra. Da freut man sich doch. Endlich mal was positives. So, Mittwoch 15.15 Uhr. Bin ich ja mal gespannt. speaking. Ja. Ja. Seine Ahnen. igetain. Die Stimmung hier ist bedrückt. Die Rezeption. Hoffentlich haben die ein Zimmer. Das stimmt, sie musste ja raus aus ihrer Wohnung, weil sie überfallen wurde. Hallo, schöne Frau. Was kann ich für Sie tun? Ein Zimmer, bitte. Für Sie sofort. Füllen Sie das aus. Wie lange bleiben Sie bei uns, Miss Page? Ich weiß nicht. Zimmer 201, letzter Stock, Treppe ist im Hof rechts. Danke. War mir ein Vergnügen, Lady. Das glaube ich. Alter, der Typ, der ist auch widerlich, oder? Macht der sogar als Kerlangst. Oh Mann. Ja, jetzt geht's. Steuerung ist manchmal ein bisschen seltsam. Aber naja. Trotzdem geiles Game, wollen wir mal nicht meckern. Ah, jetzt hab ich mir die Zimmer, äh, Zimmernummer gar nicht gemerkt. Na, wenn wir da sind, wird er schon merken. Ja, oder anzeigen. Jetzt hat er gesagt, am zweiten Stock, ja, dann müssen wir noch einen hören. Ja, der erste. Ah, jetzt sind wir 200 noch was. Okay. 211, 298, ich glaube 208 hat er gesagt, oder? Ich schon. Ich hab doch mal zuhören können, aber der war so schmierig. Und so schrecklich, den Typen. So, 205. Ja, das ist ja ein Mann, oder? Hallo? Sind Sie okay? Ne, die haben nichts miteinander zu tun. Ich verprache da gar nicht raus. Ich rufe den Notarzt. Nein, kein Notarzt. Sie sind verletzt, Sie brauchen einen Arzt. Bitte, ich will nur in mein Zimmer. Zimmer 207. 207 sind wir da schon vorbeigelaufen, ne? 205, 207, da ist es. Haben Sie den Schlüssel? Ja. Weil jetzt hat er seinen Sohn trotzdem nicht retten können, ne? Scheiße. Sie sehen schlimm aus. Sie müssen zu einem Arzt. Es sind wohl ein oder zwei Rippen kaputt. Ich werde schon nicht sterben. Aber es tut sau weh. Ihr Kopf blutet, die Wunde sieht schlimm aus. Es ist mich wundert, dass die Polizei ihn nicht gepackt hat. So, Wunde. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Wollen wir mal was am Badezimmer finden. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Genau, und deswegen hast du ja auch das Desinfektionsmittel genommen. Was soll das? Ich desinfiziere Ihre Wunde. Könnte etwas wehtun. So eine scheiß Stelle da. In der Schläfe. Fertig. Ja, war aber ziemlich tapfer. Okay, dann gucken wir mal. Sie nehmen mal Schmerzmedikament oder irgendwas hin. Paracomol-Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Gut, dass wir mal gleich eine Apotheke haben. Hier, nehmen Sie. Das sollte Ihnen das. Schmerzmittel. Gleich wird es Ihnen besser gehen. Laut Packung reicht eine für 24 Stunden. Sie sollten die Dosis auf keinen Fall überschreiten. Ich kann's mir nicht leisten, zu warten. An Ihrer Stelle würde ich mich lieber ein paar Tage schonen. Ich... Ich brauche eine Dusche. Okay. Ich helfe Ihnen. Ja, das Spiel ist echt, äh... voller Licht und Schatten, ne? Ich warte, bis Sie rauskommen. So viele... Sagen Sie, wenn Sie was brauchen. ...liebe Personen, die anderen helfen und, äh... ...viele miese Schicksale. Reden Sie. Dann weiß ich, wenn Sie umkippen. Wie heißen Sie? Madison. Wohnen Sie hier im Hotel? Sind Sie noch da? Ja. Ja, äh... Verzeihung. Nein, ich wohne in der Stadt. Ich leide an chronischer Schlaflosigkeit. Ich kann nur in Hotels schlafen. Keine Ahnung, warum. Wenn ich zu müde werde, dann... ...verbringe ich die Nacht hier. Ich, äh... Ich bin auf der Durchreise. Krass, ich hab echt gedacht, das wäre seine Frau gewesen. Dann bin ich Kremde verarzt. Ich bin Fotografin. Ich fotografiere Möbel für trendige Design-Magazine. Und Sie? Ich, äh... Ich bin Architekt. Mich hier nicht hinsetzen? Oder soll ich immer durchs Badezimmer glotzen? Danke fürs Bleiben. Mir geht es viel besser jetzt. Okay. Ich... ...gehe dann mal. Ich glaube, die hat sich ein bisschen verguckt in denen, ne? Übrigens... ...wie heißen Sie eigentlich? Ethan. Mann, 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 ey. So... Origami... Wunden... Durstig ist er auch. Ich habe großen Durst. Okay, dann gucken wir mal. Das ist ein Kühlschrank. Da wird ja wohl was drin sein. Ey. Mensch. Guck mal, diese Steuerung. Ich muss eher verdorsten hier, weil ich nicht vernünftig steuern kann, oder wie? Okay, Wasser ist immer gut. Naja, für großen Durst hat er aber nicht so viel getrunken, finde ich. So. Der Karton. Ich muss noch eine Origami-Figur öffnen. Ja, wenn man überlegt, so einen Sohn, der ist da wirklich unter so einem Gitter. Das regnet, der ist so total unterkühlt. Ich bin bereit, zu leiden, um ihren Sohn zu retten, das alte Kraftwerk, glaube ich. Krass, dass er jetzt einfach abbaut. Aber wir hätten ja auch noch die Option, seine Wunden zu versorgen. Aber okay. Er setzt ja die Prioritäten als Spielfigur. Also, ich überlege, das Game gab's auf der Playstation 3, wie geil die Haut da schon aussieht. Für die ganze Pigmente. Hier für den PC heutzutage kein Ding, sowas darzustellen. Okay, die beiden wieder. Hier werden nur einen zweiten Verdächtigen irgendwie, ne? Den sie... ...unvernehmen wollen. Ja, hat er doch vorhin gesagt. Das erste Mal ist immer schwer. Das ändert sich. Ich will mich gar nicht erst dran gewöhnen. Das ist er. Miroslav Korba? Ja. Lieutenant Carter Blake, ich habe ein paar Fragen. Mann, ey, das gibt's ja gar nicht. Warum bin ich noch mal zu langsam? Der Steuern. Okay, nach ein paar Stunden Spielen kann man auch ein bisschen unkonstestriert sein. Mann. 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 興. Mann. 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 Ja, das wirft er mit Hühnern erst mit Eis und er mit Hühnern oder was? Dann brauche ich gleich wieder Megareflexe wahrscheinlich. Alles klar, super. So, Konzentration nach rechts, links, oben, S. Ja, ich muss das doch mal sagen, weil dann zeige ich jetzt ein Problem. Oh, der war zu stark. Das kommt. Du musst doch mal einen Kampf gewinnen dir. Ja, sehr gut. Verjuckt mir doch gleich das Ohr. Anscheinend haben wir unseren Origami-Killer. Krass. Aber ich muss sagen, mein Headset, die Hintergrundgeräusche, die sind so krass. Also, Wahnsinn. Oh, er ist mal nicht irgendwo unterwegs. Dann war geschlafen. Okay, auf dem Schreibtisch ist das natürlich nicht schön. Wie es ein Detektiv macht, wahrscheinlich total besoffen. Ja, der hat natürlich auch ganz schön was einstecken müssen. Hier. Okay, nochmal das Asthma-Spray nehmen. Was ist da drin? Kleiner Schnaps, der muss mal so sein zwischendurch. Da gibt's auch leckere Getränke als so'n scheiß Schnaps. Ist das Polizei-Marke oder? Alle Zeitungen schreiben über Sean Mars, den verschwundenen Jungen. Ich hab' mit den Eltern aller Opfer gesprochen und hab' nur ein Telefon und ein Karton mit Origami-Figuren. Die verdammte Feuchtigkeit nimmt mir die Luft. Hoffentlich hört der Regen bald auf. Die Pause war nötig. Ich schlafe schlecht, seitdem die Morde wieder begonnen haben. Das ist ja auch geil. Zwei lose Eier. Ein kleines Bier. So, das verstehe ich hier auch nicht. Ich kann festhalten. Dann nach oben. Manchmal geht's, manchmal nicht. Es trinkt da auf jeden Fall einen Schluck. Und stellt die leere Flasche wieder hin. Und stellt die leere Flasche wieder hin. Das war irgendwie nicht so sinnvoll. Hier in der Küche ist eigentlich wahrscheinlich weiter nix. Aber geht's nicht weiter. Oh, es klingelt. Machen wir doch mal die Tür auf. Ich sollte mich doch melden, wenn mir was einfällt. Oh. Kann ich rein? Klar. Ich hätte ja nicht gedacht, dass die sich nochmal meldet. Ich nehme den Mantel. Ah, gentlemanlike. Ein Drink? Gerne. Ein Wasser. Bitte. Setzen Sie sich. Jetzt die Frage, ob er seinen Drink äh... Im Kühlschrank war er nicht? Hier wahrscheinlich... Nee. Da sitzt sie. Da muss ich wahrscheinlich mich hier hinsetzen, ne? Ich will hier auf jeden Fall einen Drink anbieten, aber ich weiß gar nicht, wo er seinen Drink hier stehen hat. Dann wird er ja wohl hier irgendwo im Wohnzimmer stehen haben. Hier ist nur ein Schrank. Dann stehe ich hier jetzt wieder nicht. Mann, 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 Mann. Was ist denn hier los? Okay. Hier scheint kein Drink zu sein. Dann gucken wir mal... Schlafzimmer. So. Er wird ja wohl nicht im Schlafzimmer hier seinen Drink haben. Gehen wir nochmal in die Küche. Vielleicht habe ich da auch noch was übersehen. Dann... Im Kühlschrank... ...macht da nichts. Ah, alles klar. Er gibt dir echt Leitungswasser. Alter, voll der Gentleman. Unglaublich. Danke. So, ich würde sagen, wir setzen uns hier mal, ne? Ich... Mir ist etwas eingefallen. Vielleicht ist es nichts. Aber ein Brief kann an dem Tag, als Johnny verschwand. Ein Brief? Was für ein Brief? Er war für Johnnys Vater. Ich weiß nicht, was drin stand. Er hat ihn gelesen und war weg. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Und Sie glauben, der Brief hat etwas mit Johnnys Tod zu tun. Richtig. Fällt Ihnen zu dem Brief noch etwas ein? Ich habe den Umschlag die ganze Zeit aufgehoben. Nichts Besonderes. Außer vielleicht der Adresse. Die Adresse? Von einer alten Maschine. Könnte ein Hinweis sein. Danke für Ihre Hilfe. Ich halte Sie auf dem Laufen. Halt! Ich... Ich kann nicht tatenlos rumsitzen, während Sie den Mörder meines Sohnes suchen. Ich habe viel nachgedacht und... Ich will mitmachen. Bei der Ermittlung helfen. Sorry, Lauren. Das kommt nicht in Frage. Wenn Sie ablehnen, behalte ich den Brief. Hm. Es ist Ihre Entscheidung. Das ist mein Wort. Hören Sie. Ermittlungen wie diese sind gefährlich. Ich kann mich nicht auch noch um Sie kümmern. Wie viele Hinweise haben Sie, Mr. Shelby? Dieser Umschlag ist vielleicht Ihre einzige Spur. Verstehe. Eine dumme Idee. Dann entschuldigen Sie die Störung, Mr. Shelby. Halt! Sie sind schon was Besonderes. Hut ab. Ich bin eine Mutter. Eine Mutter, die den Mörder ihres Sohnes finden will. Also, sind wir Partner? Klingt auf jeden Fall vernünftig. Partner. Sehr gut. Ja, so nimmt die Geschichte eigentlich noch einen ganz anderen Lauf, als ich dachte. Ich bin gespannt, wo die Bahnen hinfahren. Spannend, spannend, spannend. Okay. Dann steigen wir mal aus. Sie bleiben besser im Wagen. Wir sind Partner, oder? Wenn Sie gehen, gehe ich auch. Eigentlich eine geile Idee, dass sie ihm jetzt beiseite steht. Oh, coole Sau. Was tun Sie hier eigentlich? Wir kommen wegen Gotti Kramer. Kramer? Obersource von Kramer Construction? Sein Sohn? Er soll der Origami-Killer sein? Im Moment soll er nur ein paar Fragen beantworten. Das ist auch wieder so eine fette Hütte. Mann, Mann, Mann. Wir haben da alle Häuser. Das ist ja unglaublich. Natürlich wieder fette Partys. Was für ein Pallast. Der muss im Geld schwimmen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das ganze ist voll gut gekostet. Lassen Sie uns später bei Kramers Dekore helfen. Seien wir lang hier? Ich finde es hier irgendwie unheimlich. Ich suche Gotti Kramer. Sie bleiben so lange hier. Okay? Ja, komm. Okay. Sie sagen, wenn ich helfen kann. Ich wollte gerade sagen, sitzen ist ja wild. Der muss ja irgendwem finden, oder? Warte mal, Jordi. Okay, ich muss Jordi Kramer finden. Was hat er denn noch für Bedürfnisse? Wurstig ist er. Alter, gehst du da raus? Ne, Spaß. So, in den Billardtraum waren wir schon drin. Hi, ich bin Scotti. Hatte deine Musik? Es ist ziemlich laut hier, Mann. Alles okay? Mir gefällt es ja irgendwie nicht. Haben Sie schon was? Ich bin weg. Doch, nicht. Frau, die ist schwer aufzutreiben. Ich frage weiter rum. Nie warten. Gerade sie wollte mir doch helfen. Jetzt zickt sie da rum, weil es ihr da nicht gefällt. Na ja. Hi, ich suche Gordi. Haben Sie ihn gesehen? Schon vor einer Weile. Sie werden ihn kaum treffen. Er ist sehr selten bei deinen Gästen. Wirklich? Warum schmeißt er dann eine Party? Fragen Sie ihn doch. Ja, geil. Fragen sie ihn doch. Dann gehen wir mal hier raus. Wie steht er hier draußen? Ja. Der ist nicht redselig. Der ist wahrscheinlich nur Sicherheitsdienst oder so. Tja, ich hätte eigentlich den Sicherheitsdienst gefragt draußen. Die werden ja wohl wissen, wo der Chef ist. Ja. Der war schon paljant, Mann. Ich glaube, wenn er dir noch einen gibt, dann kannst du ihn voll. Du bist ein Nennerkerl. Ich mag dich. Mein Freund. Ich mag dich sehr. Der Job hat doch Vorteil. Der Hotel. Ich habe ein 9.9. Hier ist ein Badezimmer. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen ruhiger. Hände waschen in Corona-Zeiten immer gut. Hier ist ja nur die Toilette, dann gehen wir wieder raus. Naja, komm. Manchmal hat die Steuerung echt am Weg, ey. Das gibt's doch nicht. Ey. Du sollst in die Richtung. Und dann, jawoll. Ich glaub ich. Du sollst in die Richtung. Dämbel. Mein Problem. Stechen. Hey, Mr. Franklin meint, ich kann hoch. Ich werde dir deine Kohle gleich sonst wohin stecken, Mann. Hau ab! Ich nehm nicht! Ui, das ist doch mal... Wenn ich zu Gott wie Kramer will, muss ich es anders anstellen. Die wollen jetzt auch nicht mal mit mir reden. Hurra! Verzeihung! Ich suche Gott! Ich hab ihn hochgehen sehen. Würde mich wundern, wenn er heute noch mal runterkommt. Warte mal, dann versuche ich mal auf meine Begleitung, bis ich sie schaffe da hochzukommen. Was ist denn jetzt mit Gordi? Das ist ja wie Rapsstadion im Hintergrund. Wann ich das regeln? Ja, genau. Ja, klar. Auf jeden Fall. Was wollen Sie machen? Mit den Palms in Popo her sollen? Ich regle das! Seien Sie mal Spaßler, sobald Sie weg sind! Okay. Das ist genau nach meinem Geschmack. Hey, Lauren! Ja, darf Lauren mal machen. Ah, alles klar! Ah, alles klar! Was sich so regelt hätte ich jetzt nicht gedacht. Scheiße! Schon wieder jemand mit einer verdammten Überdosis! Schon wieder jemand mit einer verdammten Überdosis! Schlecht, die kleine. Geile Idee. Okay. Ja, okay. Er wird ja wohl gerade beschäftigt sein. Wir müssen sie rausschaffen. Okay. Das Fenster. Jetzt gehen wir mal hinten durch die Tür. Mr. Kramer. Jetzt kommt das Beste! Alter, krass! Ich hätte gedacht, der hat ja... Hat er Frauen besucht? Naja, also... Fast. Ich heiße Scout Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Was? Ich hätte da ein paar Fragen. Alter, der Typ ist ja auch durch, ey. Fette, fette Kiste. Fetter Fernsehen. Unglaublich. Fette Hütte. Kohle ohne Ende. Sagen Sie mir genau, was mit Joseph Brown passiert. Durchgeknallt. Raus! Verstanden? Los, verpisst euch! Was wollen Sie? Ein Zeuge sah Joseph Brown, als er in ihre Limousine stieg. Er wurde dort das letzte Mal gesehen. Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater schaltete sich ein und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erzählen Sie Ihre Version, bitte. Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Ich weiß nicht, Ihre Geschichte zieht einfach nicht. Sie reden einen Haufen Schwachsinn. Sagen Sie mir einfach die Wahrheit. Ich bin der Origami-Killer. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser. Das wäre ein bisschen zu einfach jetzt. Ich lege sie irgendwo ab. Eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus. Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Nichts weiter. Oh, jetzt spinnt er aber. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Ende der Befragung. Weg mit dem Clown! Oh, ey, der kriegt immer aufs Gefresse. Ich muss ein bisschen schneller werden hier mit meiner Ausführung. Scheiße. Mann, 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 ey. Das hätte ich auch besser lösen können. So, weil ich irgendeine Taste wieder nicht gedrückt habe. Ich könnte auch kotzen. Ey. Danke fürs Kommen, Mr. Shelby. War mir ein Vergnügen. Schafft ihn weg. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht allzu sehr verkackt. Aber auf jeden Fall ist der Typ nicht ganz weisefertig. Das steht schon mal fest. Oh, Mann, ey. So, jetzt wollen wir die Tasten hier immer drücken. Wobei das ja auch Blödsinn ist. Weil es geht ja nur darum, dass er wieder lädt. So, weiter geht's. 19 Mittwoch, 19.42 Uhr. Oh, das sieht ja echt übel aus. Da rechts ist alles eingestürzt. Reicht das hier nicht aus, wie oft ich weh drücke oder was? Oh, Mann. Wenn wir die andere Hand nehmen. Ja, jetzt muck hier nicht rum. Du wirst doch da reinkommen, oder? Ja, okay. Dann müssen wir halt woanders lang. Das regnet aber auch. Da geht's nicht rein, oder wie? Gucken wir mal von hier. Gehen wir mal hier lang. Ey, Mensch. Ah, das ist mit der Steuerung manchmal. Ah, ja. Ich könnte katzen. Geht da wieder da lang? Zieh ich, drück ich S. Geht da da lang? Okay, das kann sein, dass hier gar nicht weitergeht. Dass es deswegen rumzickt. Weiß noch gar nicht, wo wir langen müssen. Auf dem Fall dann wahrscheinlich das Gebäude da rein. Mir geht's nicht lang. Aber am Tor hat er uns ja eben nicht mehr rein gelassen. Können wir es ja nochmal probieren. Gibt es ja eine Möglichkeit hier irgendwo noch lang zu gehen? Okay, da ist über Stacheldraht Elektro. Soll ich in dieses blöde Gebäude reinkommen? Okay, da ist wirklich ein bisschen viel Strom. Okay, aber da wir ja generell den Weg nicht kennen, können wir es ja nur hier erstmal versuchen. Ah, alles klar. Ja. Mensch. Ey, diese Steuerung, ey. Ich könnte katzen. Was ist denn das? Ja, manchmal... Ja, okay. Das ist aber nicht gut da, bei so einem... ...Hochspannungswerk runter lang zu laufen. Und da komme ich ja, also muss ich hier lang. Was ist denn eine Möglichkeit? Ist da ein Loch im Zaun oder so? Ne. Äh, probieren wir es hier mal. Ist doch eine Tür, oder? Ah, alles klar. Hier können wir ran. Mann, 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 Mann. Orientierung ist das halbe Leben. Ich glaube, ich brauche ein Navi zum zocken. Zocken. Alles klar. Eine hartnäckige Tür. Streichhölzer. So, linke Maustaste. Da rein. Ob das so clever war, der klettert da in den Ofen rein. So, also... Hm. Ich glaube nicht, dass da noch einen Ausgang gibt. Schauen wir mal. Auch hier wieder nichts gegen die Steuerung, aber... ...keine Anzeige eben gewesen. Naja... Glas. Glas. Glas-Splitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ganz langsam. Sonst reiße ich mir die Arme auf. Das ist bestimmt nicht angenehm, da durchzukriechen. Das ist bestimmt nicht angenehm, da durchzukriechen. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Wie soll das ausmachen? Soll ich wieder nach oben jetzt und da wieder die Streichhölzer. Das ist so ein Fehler am Spiel, oder? So. Beide Maustasten drücken nach unten ziehen. Das geht der Streichhölzer an. So. So. Soll ich bei der Maustasten drücken und drücken machen? Ja, das... Ja. Ja, das... Ja, das... Ja, das... Ja, das... Ja, das... Ja, das... Ja. 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 Ich muss hier einfach mal... So. Streichhölz an. Und jetzt soll ich, äh... Mit der Maustasten mal hoch und runter machen. Ach komm. Ah, alles klar. Man kann auch... Man kann auch so laufen. Wir entscheiden uns erst mal rechts lang zu gehen. Und dann wieder links. Mir wird ganz schwummerig. Ich... Ruhig. Ich... Ich... Muss mich langsam bewegen. Sonst werde ich... Bewusst los. Okay, das sind natürlich... Und jetzt kommt der wieder mit seiner Flamme da. Ja. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Das Problem ist, ich kann mich nicht langsam bewegen. Ich... Ja. Ja. Ich kann immer wieder ein Stück griechen. Ein bisschen Pause machen. vorne ist eine mauer ich mache ich mal recht lang ich war wohl nicht der erste hier und den ausgang nicht gefunden von da kommen wir da wir versuchen es mal wenn es klappt dann kann ich es auch nicht verändern ich könnte es verstehen dass er schwindelig wird wenn er vor schmerzen wenn er es nicht schafft oder so weil er ganz verblutet aber einfach jetzt dass ihm so schlecht wird ich glaube er schafft das noch alles klar wie gehört er das dazu ich hab mir schon gedacht weil ich konnte ihn ja nicht langsamer steuern in dem sinne ich konnte es nicht habe es nicht geschafft na ok es war auch irgendwie nicht zu schaffen das ganze so Oh mein Gott. Oh Gott. Ach, er ist schon wieder... ...heftig. Ja, krass, ey. Ja, gut, dass sie ihm immer hilft. Sonst hätte er echt ein Problem. Warte, sie muss sich auch mal fragen, warum er immer wieder... ...sag ich mal, in so ein Situation gerät oder immer wieder so zerstört irgendwie ein Hotel da auftaucht. Steuerung wieder on point hier. Mensch, der Typ, der leidet und will seinen Sohn retten, baut erst den Unfall im Auto, weil er eine Gegenfahrbahn fahren muss, um ihn zu retten. Das hat aber nicht geklappt. Jetzt muss er durch Glashbitter klettern, das hat nicht geklappt. Sie haben sehr hohes Fieber. Er kann wunderbar dem, was er da so durchmacht. Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Okay, da haben sie jetzt keine Wunden gezeichnet auf dem Körper. Das ist ein bisschen ein Fehler am Spiel, finde ich. Aber okay. Ihre Arme sehen schlum aus. Okay, da sieht man es jetzt. Ich desinfiziere die Wunden. Okay, dann holen wir mal Desinfektionsmittel. Ja, auch ein interessanter Ansatz. Wir können ja auch gleich mal das mit dem Origami sehen. Oder uns anschauen. Ich hoffe, dass sie dazu noch kommt. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für sie tun kann. Nur erst mal das Desinfektionsmittel. Und die Wunden sich nicht entzünden. Tut mir leid. Ich bin vorsichtig. Okay. Ich muss mal gucken, dass er das... Ich habe alles desinfiziert. Brandsalbe, Verband, Medikamente erst mal. Fiebermittel, Antibiotika. Hier haben wir mal Fiebermittel. Wobei Antibiotika wohl auch besser wäre. Das würde ja alles ganz gut helfen. Man muss ja eigentlich nur überlegen, was man zu Hause machen würde. Dann gehen wir noch mal auf Medikamente. Ich glaube, Antibiotika ist noch ganz gut. Antibakteriell. So Brandsalbe, er hat sich ja nicht verbrannt. Verbandzeug. Das sollte man nochmal rummachen. Auch bescheuert. Also, ich kreise die ganze Zeit. Und dann verbindet sie ja schon. Das heißt, ich müsste ja normalerweise gar nicht loslassen. Aber jetzt muss ich wieder kreisen. Was man aber auch noch macht... Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Okay. Ja, Mädel, du stehst da genau richtig. Ich würde sagen, wir gucken uns... Ach, schade, hat nicht geklappt. Ich dachte, sie guckt sich das mit dem Origami mal an oder so. Heftig. Sie hilft ihnen und... Ohne aber zu hinterfragen, was da los ist. Das ist schon eine Leistung. Wie geht es Ihnen? Ging schon besser. Lange weg? Ungefähr drei Stunden. Warum spielen sie denn Samariter? Sie kennen mich nicht mal. Als ich noch klein war, habe ich immer alle meine Brüder verarztet, wenn sie sich mit den anderen Kindern auf der Straße geprügelt haben. Ich glaube, ich spiele einfach gern den Samariter. Ach. Sie sagen, sie sind hier, weil sie nicht schleifen können? Ach komm, Wahrheit. Ich, ja. Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Ich versuche, damit zu leben, aber... Es ist schwer. Sie führen ein gefährliches Leben. Sie führen einograpig. Nicht... ... aus freien Stücken. Haben Sie Probleme mit der Mafia? Geldschulden? Oder irgend sowas in der Art? und sie ich danke ihnen sehr für ihre hilfe aber ich denke es wäre besser für sie nicht zu viele fragen zu stellen vielleicht kann ich ihnen helfen niemand kann das sie haben schon viel getan okay ich gehe dann viel glück ich glaube es wäre gar nicht verkehrt gewesen wenn er sich hier offenbart hätte er kommt ja da überhaupt nicht weiter sein origami und will allein seinen sohn retten sitzt der dritte versuch den er dann unternimmt sind sie bereit an opfer zu bringen es kommt die marvel street was mich wunderte er hat keine aussetzer mehr hat doch vorher mal dieser aussetzer gehabt dass er irgendwie nicht klar kam ich war es richtig schwöre ich war es nicht ich mache so etwas nicht ich bringe keinen warum sind sie dann vor der befragung weg gerannt wissen sie doch ich war nicht bei meinem bewährungshelfer ich wollte nicht in den knast habt die cops gesehen und bin weg ich habe nicht nachgedacht seine aussage ist geprüft er hat ein alibi für drei der morde der drecksack hat perfekt gepasst schade 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 okay die mutter von sean maas ist hier sie würde gern mit dir sprechen es war vor ein paar monaten mitten in der nacht es hat geregnet es kam klatschnass und drei uhr nachts heim ich fragte wo er war er sprach von ertrinken regen regen es gab alles keinen sinn da war etwas etwas in seinen augen als wer nicht er selbst ich habe auch schon gedacht dass er der origami killer ist aber in seiner eigenen person geführt wurde aber am nächsten tag gab es einen neuen bericht von einem opfer des origami killers finden sie schon ich bitte sie ich bin lieutenant carter blake und das ist agent norman jaden vom fbi wir wissen dass diesen maus ihr patient ist wir hätten ein paar fragen über ihn tut mir leid das ist nicht möglich wie war das ich unterliege der ärztlichen schweigepflicht ich darf unter keinen umständen über meine patienten sprechen ich muss schon maus lebend finden und mich interessiert ihre schweigepflicht einen scheiß mit sicherheit reden sicher überzeugen tut mir leid ich kann nicht helfen und jetzt gehen sie bitte sie müssen uns helfen zu ihrer sicherheit richtig sie sind zur aussage verpflichtet drohen sie mir etwa ich gebe ihnen nur einen kostenlosen rat doch nehmen sie ihn an ich weiß sie wollen doch keinen mörder decken sie müssen uns unbedingt alles sagen doktor ich werde mich über ihr verhalten bei ihrem vorgesetzten beschweren Doktor sie gehen mir echt auf die nerven für mich zählt nur den jungen zu retten und jetzt sind sie so nett und sagen uns was sie wissen sonst garantiere ich will nichts was machen sie sehn sie zurück lassen sie mich fliegen der typ weiß was und ich gehe nicht bevor er es raus recht ok dass er ihn jetzt rückt oder so finde ich auch ein bisschen heftig sollte jetzt nicht passieren das ist ja krass das ist ja krass ok geht der jetzt ein bisschen zu weit ok geht der jetzt ein bisschen zu weit ok lustock wollen sie es leicht oder schwer es ist ihre entscheidung wenn sie den mann nicht in ruhe lassen melde ich sie und sie sind raus was ist denn los mit ihnen normen kalte füße wollen sie den schorn nicht mehr retten ich will schon mars retten genauso wie sie aber ich halte mich ans gesetz hören sie mit dem scheiß auf jetzt sofort diesen maß hat psychische probleme seit dem tod seines sohnes er fühlt sich verantwortlich eine krankhafte neurose bilder ertrinken da verfolgen ihn vor ein paar wochen nach einer unserer üblichen sitzungen fand ich das auf dem boden es war aus seiner tasche gefallen jetzt ist ja die frage zu welcher zeit er spielt weil wenn er das origami hatte nachdem er den karton bekommen hat kann es ja sein dass er das dann aus der tasche gefallen ist ja ich weiß es nicht auf jeden Fall ist er ich setz jeden verfügbaren Mann auf Ethan Maas an beobachtet sein Haus Tag und Nacht gib einen Suchbefehl an alle Behörden raus beobachtet die Bahnhöfe, Flughäfen, Busstationen ich will jeden Kopf an seinem Arsch damit er kapiert dass wir es wissen ja Ethan Maas ist der Origami Killer ja er ist aber sehr überzeugt davon selbst wenn das nicht ist hat er ja immer noch jetzt die Hinweise die dahin zu bringen ja 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 oh mein geiler golfplatz aus dem Gebäude heraus so aber ich guck mal auf die Uhr es ist jetzt 1.45 Uhr ich habe um 20 Uhr angefangen zu streamen ich habe Our Secret Below durchgezockt jedenfalls den ersten Teil ich bin dann umgeswitcht ich habe auch gar nicht die Kategorie bei Twitch geändert ja jetzt auf Heavy Rain und ich würde sagen es ist Zeit jetzt mal Schluss zu machen und ja dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit auf jeden Fall wenn wir das Game durchzocken ist aber ganz klar ja dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Stream und dann werde ich das Ganze jetzt erstmal hier beenden bis dahin und eine gute Nacht an Vielen Dank. 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 Vielen Dank.